Wie viele Ohren braucht man eigentlich für 3 Funken? Gibt es? 4 Oh Stimme kommt ja auch noch dazu Richtig Ähm, Adler, auf welcher Frequenz fungst du mit deinem Squad? 3 für 3 Block 1, Kanal 5 Kanal 5, okay Dann stelle ich das nur bei mir ein, Notfallsfatz Wir machen gleich folgendes Wir gestalten auf dem Fahrzeug gerade eben die 160, die 117er Ähm, schalten wir dann aus Das wird zu viel einfach Und das heißt wir tun dann praktisch über den Platonfunk Gehen wir dann über die 148er Ähm, denk noch dran Deine Funkgeräte auf Scherz zu stellen Und alle Ohrenstöpsel rein Stimmt das wahrscheinlich hier nicht bei Default Also ich hab ja ein 117er dabei Ähm, das heißt also auch wenn wir draußen sind Erreichen wir als Headquarter auch über die 117er Wunderbar Er hat heute das große Glück, dass er der RTO ist Juhu Juhu Der Grauer, du weißt wie man Äh, unterlaufen Nee, warte mal, stimmt ja Ich muss nur eine 3 für 3 abschalten Ich hab schon gerade geladen Und das mit dem Ziel sollte ich auch Mit dem Ding noch nicht Aber das Visier hat sich bewegt Also ich es bewegen wollte Gut, das verlegen wir schon mal hier rüber zu einem der Fahrzeuge Geh wunderbar Wollen wir noch irgendwelchen Kram einladen? Bisschen Ausrüstung, Munition, Bandagen, Health-Kids? Ich hab, äh, er hat gesagt, äh, Joker, dass alles äh, komplett ist Naja, also Snyder meinte zu mir, dass er nicht alles ausgerüstet ist Es gibt jetzt glaub ich noch, es gibt nur eine Medic-Kisse dann glaub ich noch im Gebäude Aber das sind keine nur viel, nur, äh, Surgery-Kids dann für die, ähm, für die, ähm, für die, äh, das ist hier Äh, für Dragon, für Logistik, weil die sind alle Medics Also von uns gibt's jetzt hier nichts mehr so extra zum Aufnehmen Hab ich schon vorher gefragt Okay Können ruhig schon mal aussitzen Wir müssen hier noch kurz warten, bis Griffin kommt Nein, Crispus ist... Wir haben mal einen Reconnecting Wo sitzen wir denn auf? Hier voraus Guck zu Wo sitzt? 3 sitzt 4 sitzt Was ist unser Chor sein? Viper 5, ne? Golf sitzt 1 Gott, was war das nochmal? Kann man ja nicht mal rausschauen Ist ja wie ein U-Boot Ja, eben, sag ich doch Davon ist auch ein kleines Fenster, ich weiß nicht was du hast Viper 5 sitzt Oh, ja, sehr kaum wohnen Ah, ist aber eben, um uns erreichen Wo war das? Viper 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 10 10 10 11 10 11 12 12 10 12 12 Ok, hab passiert. Alles klar, der Marsch. Wieso fährt Griffin jetzt denn? Oh Gott. Griffin, Fischi Mira, komm. Boah, wo ist denn hier die Straße? Griffin fährt ein bisschen chaotisch. Na bitte die Fahrt hier als Orientierung hemen. Bitte über die Straßen verlegen, so verstanden, komm. Ja, verstanden. Ich muss sie erstmal finden. Rico, keine Panik, ich sehe die Straße, die ist links von uns. Aber lass erstmal Griffin vorfahren. Ok. Na jetzt stehen wir vor Griffin, das hilft uns auch nicht weiter. Fahr mal 10 Meter geradeaus. Weiter, weiter, weiter. Stopp! 90 Grad links, und dann siehst du sie. Genau, und jetzt lassen wir Griffin 1 vorfahren. Funke check. Ah, jetzt hat sie gemessen. Chief, danke. Es ist da Citizen Gaps und Schachspiel. So, jetzt bin ich wieder dabei. Das war ein sehr friemelig bedienter. Rico, du kennst den Trick mit Kopf hoch und runter, dann sieht man hier besser raus. Stopp, nicht weiter fahren, Griffin 1 ist noch nicht los geworden. Ist aber sehr schwierig, hast du schon mal gespielt? Auf der, ähm, warte, Mercury Star Run. Check auf den Bontern, Abfahrt entlang der markierten Route. Richtig war's. Richtig war's. Richtig war's. Richtig war's. Richtig war's. Richtig war's. So, die nächste Füße dann gleich links. Ein paar Jahre, ein Stück gleich spätsel ist das. Ja, wir sind jetzt so... ...und Klicks entfernt. Specky, your contact. Verdecken. So verstanden. Lico, versuchen die Abständen etwa zu halten. Ja, ich versuch's. Schiff, ich hab noch, ähm, Viper 5, normal 6er Markierung, einfach nur wenn die abgesessen sind, dass wir den auch ein bisschen mehr kontinieren können. Äh, Viper 5? Ja, aber wenn du auf die Karte guckst, ich hab deinen Infanteries-Footpass auch mal in eine eigene Markauferkarte gegeben, dass wenn die abgesessen sind von dir hier, dass wir den auch ein bisschen besser kontinieren können über die Karte und die Markierung. Alles klar. Ich glaub, ich muss mal, äh, ein abziehbarer Training, was das glaub ich, bei Gruppe W oder TTT mal bespüren. Äh, die haben da mehr Panzer erfahren, das hat mich jetzt doch schon ein bisschen angefixt, ja. Das Panzertraining kann ich empfehlen, das ist gut. Was war der Gruppe W, der TTT-Training? Bei TTT. Abstand halten. Na, Abstand halten. Also ich bin ja auch schon viel Panzer gefahren hier, aber hier siehst du ja wirklich gar nichts. Ein Clan. Meine Kommune hier. Ja, Griffin 1 für Viper 1. Äh, Frage, was fragt du in der richtige Schwierigkeit? Komm. So, verstanden. Viper 1 sendet. Ähm, mach mal, komm mal den, äh, Begrenzer rein, irgendwo auf 50. Ja, schneller bin ich eigentlich auch nie. Gut, dann fahr nach Gefühl. Ja, ich versuch einfach irgendwie dran zu bleiben. Ähm. Gefluss. Halt. Stopp. Gefluss. Riffen fährt weiter und fährt auch weiter. Okay, alles klar. Warte, Marsch. Ähm, Becci rechts. Ja, komm. Ja, dann könnt ihr die Richtung beim Beschuss zuhause machen kommen. Einschläge direkt voraus. Ja, durchbrechen. Weiterfahren, 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 weiterfahren. Ja, das ist doch verstanden, bekämpfen dann möglich. Frage, bleib ich dahinter? Gegner auf Turm aufgeklärt, aber schwer zu bekämpfen. Äh, 336. 336. 336. 336. Griffen 1, direkt voraus. Negativ, 336 nicht zu sehen. Nein, das ist galt für Griffen. Ähm, Specki, du, äh, linksfahrt. Nein. Ah, und zwar rechte Seite, rechts voraus. Auf, äh, 392. Feuer frei. 05. 05. Ziel. Naja, ich muss auch, ich kann ja alle Mut machen meist. Ich hasse es nicht zu sehen, ne? Auf, äh, hier Waffe 1. Wir haben, äh, auf, äh, 329. Also rechts und rechts Fahrbahnseite haben wir Feind. Oder, auf, wo ist es nicht gesehen? Äh, auf 0077 habe ich ein Ziel. Der rennt hinter dem Hügel. Fahrstatt ist grün, haut weg, was ihr könnt. Okay, das war meine falsche Angabe. Ich habe tatsächlich aufs Tablet geguckt, das war mein Fehler. Schief, Frage, ob das in der Infanterie abzusitzen, oder wenn ihr hier freiwillt. Ich kann es nicht erkennen, ich sehe hier hinten nichts. Ähm, momentan noch nicht, ne. Ich würde tatsächlich hier weiterfahren, sei denn wir sollen hier schon direkt aufklären. Hm, negativ. Losern. Dann würde ich durchsprechen. Okay. Okay. Frage, weiterfahrt möglich, komm. Check, dann fahrt fortsetzen. Schirm ihre Ende. Ein Stück vor uns haben wir noch eine Grünche. Wir haben noch bestimmt den gemütlichen Friedhof. Du bist so noch heulsüße. Was ist das? Ich will nach Hause. Schief. Äh, Speck hier, linke Seite, Fahrzeug decken. Ja. Frage, weiterfahren? So verstanden. Einfach weiterfahren. Wir müssen uns bewegen, das ist unsere Stärke. Stehen bleiben ist scheiße. Check, dann. Alles klar, Fahrzeug, die Infanterie absetzen lassen. Okay, Viper 2 raus. Komponent decken. Äh, direkt. Ähm, Griffin, direkt vor euch. Fahrger raus. 334. Ja, wir sitzen. Okay, Infanterie raus. Okay. Äh, Specki, rechte Fahrzeugseite decken. Beziehungsweise, ne, links voraus. Viper 5000. Ja, Kameras. Schlechte Sicht, zu viele Bäume. Äh, Viper 2, Viper 1. Äh, Viper 2, Viper 1. Alles auf, Karte markiert, Viper 5, Markalasala hin. Ich steig, ich setz mehr da, Schiff. Jo. Viper 2, Viper 1. Die heißen Viper 5, glaub ich. Äh, unsere Leute draußen werden beschossen von der rechten, von der linken Fahrzeugseite. Aufklären. Ja, frei, frei, einer verkanten Feind. Ich erkenne bloß keinen Feind. Okay, ich suche. Frage, bekannt, und wo wird das? Wir sind, fährt weiter. Viper 1, klar. Ja. Ja, kann sie, ähm, Viper 2 mitbekommen. Frage. Die heißen Viper 2. Haltrad. Viper 5. Frage mitbekommen. Gegner aufgeklärt, bitte. Äh, Frage aber zur Bekämpfung hinter den Gebüschen. Auf 251. Ja. Ich hab den Gegner gesehen. Ich hab's jetzt eigentlich. Ja. Ja. Die sind alle wieder aufsitzen. Und Viper 5 ist nicht auf dem 148, auf dem 148. Du musst sie befehligen. Ähm, Viper 5, Viper 1. Wie geht denn jetzt auf welchem Kanal? Du hast es abgesprochen. Viper 5 ist auf Block 1, Kanal 5. Auf dem Weintrittraum. Ja. Schief kriegst du die? Ja, ja. Ich hab keine Ahnung, warum die sind auf 5 angegangen. Oder haben die auch gewechselt? Ja, scheinbar haben die gewechselt. Das war jetzt genug. Aber ohne Absprache. Äh, Viper 5, Viper 1, Status? Das mit Viper 5 war keine gute Idee. Wir werden demnächst jetzt weiter der Route entlang verlegen, sobald die Marschbefilme kommen. Frage so verstanden. Viper 5 aufgesetzt. Gesetzt. Schief sitzen alle? Viper 5, sitzen hier alle? Ja, Viper 5 aufgesetzt. Alles klar. Wir sitzen alle. Dann aber kurz alle für sich. Check, Viper 1, Griffin 1, weiterfahren. Entlang der Markettenroute. Jimmy rein, da. Äh, Ali, kannst du das? Ja, ich bin dabei. Fahrzeug 1, Marsch, wenn Griffin 1 nicht bewegt. Ja. Ja. Also wenn wir nicht wissen, wo der Feind ist, ist es schwierig haben zu setzen. Direkt war ja auch sofort. Äh, wir haben nicht mitbekommen, dass ihr den Kanal gewechselt habt. Obo. Negativ, wir sind auf Kanal 3. Ich hab ein Problem. Ich kann nicht nähen. Du kannst nicht nähen. Ja. Direkt vorauskneißen. Wir müssen gleich mal über den Flugkreis kehren, weil irgendwie ist hier... Frage, warum sind wir noch über diesen Kanal? Ja. Äh, auf 056 auf Turm bewegt sich jemand. 056. Ja, erkannt. Ist Feindkraft. Feuer frei. Erkennt auf Turm. Ich kann nicht nähen. Äh, Adler. Bekämpft. Hast du keinen E-Kid? Doch, doch. Ich hab einen E-Kid. Ich hab da mal einen Rechtshinter dazu. Ja, ich hab's einer gepickt. So, äh... Also, ähm... Hi. Adler. Ali kann ich nähen, aber ist da nie. Die muss gefördert werden, glaub ich. Äh, ja, dann Ali einmal raus aus dem Fahrzeug. Adler? Ja, das ist jetzt gerade schlecht. Äh, ja. Jetzt gerade schlecht. Gut, vielleicht kriegst du eine Runde. Schief? Ja. Über was kommunizieren wir denn jetzt? Ja, ich war eben, äh, auf der 343, Block 1, Kanal 2. Warum 343 jetzt auf einmal? Wir sind doch 148. Hab ich dich auf Kanal 3 anrufen, aber da kam nix. Hier bin ich auf Kanal 3, 148. 148er, Kanal 3. 343er funktioniert nicht mit Schützenponsor, da sind die Entfernung zu weit. Griffin fährt weiter. Äh, ihr sollt euch ranlegen. Ich folge Griffin, ja. 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 Erhaltet dann auf Markierung, Wiper 1, äh, Griffin gibt es erstmal nur Overwatch, auf Zero-Markierung. Die Bahnen ist alle an Bord? Nach meinem Landfall, ja. Ja, sind alle an Bord. Frage, bist du hier drauf? Ähm, ja. Ja. Ich sehe Griffin nicht mehr. Hast du mich gehört? Ja, das ist irrelevant. Du sollst auf den Marker folgen. Griffin ist nur Overwatch. Okay. Check. Ah, wir kriegen von Chief links Beschuss. Nee, von rechts Beschuss. Marker Wiper 1 erreicht. Chief? Ja? Hast du den Punktcheck gehört? Ähm, nochmal bitte. Punktcheck? Okay. Negativ. 148er Kanal 3. Ja. Wieso seid ihr denn auf Mainz 4, 8er, Mitte innen von hier auf Kars? Das ist halt 3. Ja, weil... Ah, das ist damit eingetragen, vergiss es nicht. Ja. Ja. Da war ich eben, aber da kam kein Response. Ich funke da schon die ganze Zeit, aber ich habe auch kein Absatz 24 bekommen. Vielleicht... So, nochmal Funkcheck. Jetzt ist durch. Ich habe keine Ahnung, ich war genau dort eben gewesen. Ich weiß nicht warum. Okay, gut. Vereinzler Beschuss aus 0, 2, 0, aber hinter der Sichtlinie. 0, 2, 0. Ja, äh, Griffin 1 bekämpft. So, nur das in der... Okay, das haben wir gelöst. Äh, auf der 343, auf welchem Kanal bist du der Adler? Kanal 5. Aber das ist die mit her. Okay, alles klar, gut. Weil ich habe auch keine 2, 343, ja. 343 ist nur für mich. Darüber können wir nicht kommen. Wunderbar. Ich glaube, jetzt haben wir es nach Anfänglichkeit. Wunderbar. Absatzbefehl dann nochmal bitte immer über dich. Ja, natürlich. Boah. Äh, Ali. Äh, hat es nicht so schön gewusst, Emily, ne? Äh, ne. Okay, wenn wir absetzen und kurz ruhig... Faser, ne ruhige Faser ab. Viper 1 hört. Check. Jetzt gerade, ganz kurz. Check. Schief, hast du mit gehört? Hm... Negativ. Ich habe nur von außen gehört. Achso, ähm, Viper 5 soll abs... äh, sitzen. Okay, also ihr seid jetzt Viper... Okay. Einmal... Viper 5 abs... Absitzen. Wir bewegen uns zum Marker. Chief, hörst du denn, äh, die ganze Zeit auf Kanal 1 ab? Ich bin auf Kanal... Ich bin auf Kanal... Also ich... Das ist hier totales Chaos, ne? Glaubst du das? Ich bin mit der 148 auf Kanal 1. Und mit der 117 habe ich nicht eingestellt. Ich habe einen Wechsel als die ganze Zeit. Ich bin jetzt tatsächlich einfach schlichtweg überfordert. Ich weiß nicht, was der Unterschied zuletzt aber ist. Du warst, glaub ich, gerade mit dem 148 auf Kanal 2 für Viper 5, oder? Nee, ich bin jetzt auf Kanal 1. Und davor war ich auf Kanal 3, weil... Wir müssen auf Kanal 1 gehen. Äh, Kanal 3 geht. Das ist nicht wieder gewechselt. Gut. Ähm, aber... Hast du denn noch ein zweites Gerät dann auf Kanal 1 für den, ähm, HQ-Funk? Das ist eigentlich deine Aufgabe. Jaja, okay, nee, weil eben... Also aufs HQ kommuniziert nur mit dir, Rico. Warte mal, Leute, ich hab jetzt... Äh, okay. So verstanden, Chimera. Ähm, Viper 5... Äh, dringt jetzt auf die Feindbasis vor. Okay, also dann bin ich jetzt der Einzige, der hier auf Kanal 1 ist und... Ähm... Viper 5 jetzt, äh... bewegt sich Richtung Norden und dann in Angriff auf Feindbasis. Ja. Ähm, ich glaube, du könntest ein bisschen weiter Richtung Norden vorrücken. Also quasi die Infanterie ein bisschen hinterher. Dann könntest du wahrscheinlich ein bisschen Feuerschutz geben. Alles klar. Dann, äh, Richtung Nord, äh, Rico. So. So, wirklich die Rollenverteilung ist ein... Wir haben jetzt ein bisschen andere wie letztes überhaupt. Das hab ich nicht ganz zu... Das heißt, du bist jetzt sozusagen der Company-Funker. Genau. Ah. Ich hab nur ein bisschen Marker gesetzt. Muss man schauen, wie es am besten aussieht. Jaja, ich hab's... Okay. So, weiter geradeaus, 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 geradeaus. Okay. Halt! Naja, steh ich nicht gut, aber... Ja, fahr nur, äh... 2m... Ja, vorne, zurück. BIP-15, Sturbaus, die Umstellung, wir greifen in der Mike an. Verstanden. Beschuss? Ne, ich setz wieder ab. Äh, Specki, hätt' wir mal suchen, irgendwo kam ein Schuss rein. Ja, das ist aber hinter unserer Sichtlinie. Wow, 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 das ist Sonne! Zurück, 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 zur Ausbrech, nach hinten, nach hinten, ausbrech, nach hinten, ausbrech, nach hinten, ausbrech, nach hinten, ausbrech. Bleib verfug, greift an, bleib verfug, nach hinten. Ja, so verstanden. Ziel, auf eigene Verantwortung, bekämpft, ausgeschalten. Beim Turm. Ist da irgendwelche Granate noch neben euch eingeschlagen? Sag mal, äh, das ist aber kein... Okay, so. Wo hast du den, äh, bekämpft, Specki? Am Fuß vom Turm, da ist jetzt Nebel davor. Okay, das gleiche haben wir dann den Kieren. Da war ich dann einfach mal so frei, das Feuer eröffnet, weil der hat schon auf uns gezielt. Ja. Okay, dann, äh, Fahrzeug, Marsch. So, trail ahead. Über 5 dringt jetzt rein. Verstanden. Abrufen eins für Chimera kommen. Weiter, 5 Meter. Verlage, Status. Weiter, 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 weiter. Rechts ein, Stopp. Passt zu? Ja. Ja. Da ist ein kalter Panzer, Panzerfrack. Auf 08, 008. Na ja, jetzt nur mit Frage, Markierung möglich. Ja, jetzt schief gucken, ob du den dann wegkriegst und den dann gleich markieren. Falls zur Markierung kommt. Rechts ist 0,58. Ne, 10,01. Der Panzer auf 0,06, der kalte ist kaputt, oder? Ja, 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 ja. Leck ist weg, leck ist weg, leck ist weg, leck ist weg, leck ist weg zu sich. Chief, guck mal, ob du den da wegnehmen kannst, neben unserem Panzer, in Richtung Süden Da ist jemand neben uns Auf 085 sind das eigene Ja, da hat es uns Ja, auf dem Turm Ja, ich habe selber einen CT-Tab vom Panzer, ich schaue es künftig selber Ja Könnt ihr Richtung 170 Grad den Infanteristen bekämpfen, der da neben unserem Panzer hockt, im Süden Guck mal, Specky Im Süden Ja, 170 Grad, der muss direkt hinter so einem Stein hocken, neben unserem Panzer, kriegen den nicht bekämpft Negativ Pass auf dann, ne Ja, ok, alles klar, dann Fahrer, Marsch Richtung 170, wir fahren direkt hin Ähm, dann sag mal Griffin Ja, Chief, halt mal aber ganz kurz, ich bin so schön HALT Könnt gleich weiter Die kriegen von Schuss rein Specky, halt mal, guck mal da wo Griffin ist, guck mal in dem Umfeld rum, falls der da auftaucht, dann baller den weg Ähm, nehmen wir aber das NG Äh, Rico, du bist jetzt im Prinzip auf dem Company-Funk, das heißt mit Griffin spreche ich über dich, ne? Ja, genau Ok, alles klar Boah Wollen wir weiter? Äh Ja Fahr mal weiter vor Richtung unser Panzer Äh, auf 172 Und meld dem mal, dass wir uns, äh, den nähern Ja Griffin, für Viper kommen Ok Na, der sucht den Nahbereich noch, ob sowieso ausschaut Ok, genau, drauf zu halten So, äh, weiter auf 163, weiter bleiben Äh, 150 Specky, du bist auf Thermal? Bin ich, ja Ok, alles klar, weiter, weiter Freco weiter auf 140, äh, 147 Weiter fahren? Ja, ja, weiter, 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 bis ich sag still Frag mal, ob die den, äh, kann man Ah, unter dem Fahrzeug, äh, 101, melde 099, feindlich, äh, Fahrzeug Specky, der ist unter der Sichtlinie Äh, Fahrzeugschwenk auf 080 Habe auch feindliche Einheiten in der Stadt aufgeklärt Ja, das sind Feinde Bekämpfen, ja, nein Ähm, erstmal den, 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 den Tank Und zwar, der geht in die Richtung, nochmal Äh, Viper 5 für Viper 1 Viper 5 für Ähm, näher unserer Position, auf eure Position Nähert sich, äh, feindliches Fahrzeug Ob Kette oder Rad ist noch unklar Nehmen Kampf auf Komm Ja, Viper 5 ist so verstanden Viper 5 hat keine Möglichkeiten Er hat auf uns gezielt Ja, so verstanden, wir nehmen Kampf auf, äh, Viper 1 Ende Okay, alles gerade noch Viper 1 gehört Also, ich probiere nicht, ob das so die Idee, die wir heute gelöst haben Ein MBT im Nahbereich, auch sieht der markiert Ja, genau, der ist hier Ja, gehört Okay, dann ist der jetzt hier weitergefahren Wir werden beschossen Wir werden beschossen Ja, der ist hier oben 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 Green Ah, äh, Specki 090 Dann, 1 1 2 1 1 1 Viper 1 hier hast du Negativ Imhaus Hops Schießt auf uns Okay, gelegt Jetzt Feind östlich von Position von Griffe, von Viper 5 Habt ihr ihn gesehen? Feind unbekanntes Ziel 087 Korrekt, bestätigt Feind, Feuer Feind Ist das der östlich von Viper 5? Korrekt Schimera Viper 1, ja Feind erkannt und wird gekämpft Weißt du wie es mit dem Panzer ist auf 10 07? Ist er bekämpft Situation unbekannt, ich hab den noch nie zu Gesicht bekommen Nein, der ist direkt vor uns hier entlang gefahren in die Richtung Hätten wir eigentlich, ja Aber das sind die Infantristen dazwischen bekommen Frag mal nach, Rico, ob der auf 10 07 bekämpft ist Wir haben Feind MbT direkt bei Position Viper 5 Feinde direkt West, Licht des Compounds auf Position Chimera Schimera für Viper 1 Frage Feind auf 10 07, ist der schon bekämpft oder ist das genau der Feind? Okay Einmal zurücksetzen und wir fahren jetzt hinter Griff in Richtung Norden Beschoss Ja, ja, wiederholen zurück zurück Der Dreck ist kaputt Zurücksetzen, Weitem Einpuffer auf unsere Position Ja, rechts Scheiße Zurücksetzen, zurücksetzen, zurücksetzen Ja, irgendwo häng ich hier fest Ja Wir haben uns die Kette abgeschossen, schalte mal, dass du dich irgendwie bewegen kannst Ja, hauptsächlich stehen bleiben Es geht nur noch im Kreis Okay Ähm Ja, melde mal nach Für dann gibt's Fahrzeug auf 009, ist aber kalt Chimera für Viper 1 Wir haben eine Kette verloren, wir können leider uns nicht mehr bewegen Fahrzeug auf 337 ist unser eigenes, oder? Ähm, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit 337, das ist hinter uns Ja Das ist so korrekt Ah, wenn wir jetzt nicht bald was machen Ähm, ja, Tarrot ist auch auf Okay, alles klar So, wir können nichts machen, wir sitzen ab Okay, wir sitzen ab Chimera Ich hab nochmal Wohl, wohl, wohl wohl, wohl Jungs, wie geht's euch? Alles grün Ich hab den Eindruck, der Schuss kam ausm Norden Äh, Block 2, Kanal 1 haben wir Äh, genau, Block 1 So, dann ab unter den Steinen hier, komm auf der Rückseite Wir folgen, wir folgen, wir folgen Hier gibt es noch ein bisschen mehr Deckung, äh, Rico, komm mal zu mir. Alles klar, leg dich hin. Ich habe ein bisschen Nähzeug dabei. Alles klar, ich nehme rund ums. Hier gehen, oh, hier die Steine, die sind super. Komm, hier, alle dahinter. Chimera, äh, Chimera für Viper 1. Ich lege dir Turnicus an die Beine, du machst mal deinen Oberkörper. Ja, verstanden. Äh, melde mal nach oben, ich weiß nicht, äh, Chimera, wo auf welchem Kanal die sind. Chimera für Viper 1. Ich erreiche Chimera nicht. Ähm, dann tu mal Viper 5 anfunken, ob, ah ne, jetzt kann ich ja machen. Ähm, Viper 5 für Viper 1. Chimera ist wieder da. Ähm, Viper 1 hier, äh, wir haben das Fahrzeug, äh, aufgegeben müssen. Ähm, äh, Besatzung ist aber noch vollständig. Ah, ich kann nicht nähen. Äh, nur vom, äh, vom Kampfpanzer, die sind, äh, Medics, ne? Ja, selbst die hatten eben keine Möglichkeit zu nähen. Also zumindest hier Webber 5 konnte ich nähen. Okay, einen expliziten Matic haben wir nicht, richtig? Richtig. Nur Oli. Ja, aber selbst die kann ich nähen. Angeblich sollten aber alle nähen können. Danke Specki. Dann fragt im Zweifel... Warte mal. Frag mal bei Chimera an, wie das gelöst ist. Ob das gewollt oder versehen ist. Gut, also eigentlich haben wir momentan die beste Position, die wir hier haben können. Mehr raus geht nicht. Wir haben praktisch... Überall sind wir tendenziell frei. Das Geräusch, was ich hier aus 040 höre, ist das der eigene? Äh, eigentlich nicht. Da haben wir keine Fahrzeuge. Ich schau mal ein bisschen vorsichtig in die Gegend. Ja, ich... Nichts zu sehen, der fährt irgendwo in den Dorf unten rum. Die sind da in einem feindlichen Compound. Ähm, dann geben wir aber sehr viel Freifläche. Ich meine, guck's dir an. Dann können wir genauso gut versuchen, den Wagen zu reparieren und das damit zu versuchen. Ja, okay, gut. Dann frag mal an, ob uns Griffin im Zweifel hier Deckung geben kann, während wir das Fahrzeug versuchen zu bergen. Ja, aber dafür bräuchten wir dann Supply, ne? Äh, wir können zu weit den Stand setzen, dass es fährt, also vor allem auch Geld. Aber danach brauchen wir Supply, das ist korrekt. Okay. Gut, dann sag dir mal Bescheid und wenn wir den Funkspruch abgesetzt hast, dann verlegen, was wir gleich sicher. Ich gehe schon mal vorsichtig um die Ecke und guck, was geht. Okay, wir kriegen Deckung von Griffin, Griffin, so heißt es. Schmecke, wir verlegen zum Fahrzeug. Äh, ich blute aus allen Löchern. Äh, okay, dann mach dich erst mal zu. Wir können alleine reparieren. Äh, okay. Äh, Riko, ich verkehre nicht schon mal am Fahrzeug und versuche, sich dann zu setzen. Gut, äh, ich hab keine Ahnung, wie man das macht. Turm ist repariert. Ah, okay. Und die Ketten müssen wir jetzt rausziehen und dann neu aufziehen oder sowas, bei der Spielmechanik, äh, laut Snyder oder Joker. Komisch, da ist aber nur meine alte Funke drin. Reparieren, Turm vom Kommandanten. Der ist schon repariert, den kann man auch nicht zu Ende reparieren. Komisch, ich bin gerade mitten in der Interaktion drin. Äh, was ist mit der Kette? Gucken wir mal da an, jetzt. Kette suche ich gerade noch. Ich repariere gerade die Hall. Beschuss. Ähm, wie ist denn das mit der Kette? Engine wird das nächstes repariert. Gut, ich gehe mal so lange und schütze es hin zum Glück. Ich repariere Turm. Turm ist schon repariert, ich suche die Kette erfolglos. Ja, ich konnte aber noch ein bisschen was reparieren. Die lässt sich endlos reparieren, weil sie nie fertig wird. Mensch, wo ging denn die Kette? Ich habe das schon mal auf dem, äh, auf dem Public Server geschafft. Ja, wir sind dabei. Wie lange brauchen wir noch für die Fahrzeuginstandsetzung? Wir kommen an die Kette nicht ran, wir wissen nicht wo die Kette ist. Das müsste man mal nach oben nachfragen. Du könntest doch mal Gottfaser fragen, der weiß es. Wir haben noch keine Logistik bestellt. Wir haben noch keine Logistik bestellt. So verstanden. Wir haben wohl gerade das Problem, dass wir die Kette nicht reparieren können. Kontakt auf der rechten Fahrzeugseite, Leute. Kontakt auf der rechten Fahrzeugseite, Leute. Bekämpft. Ja, bekämpft, lade nach. Weiber 1 für aufkommen. Weiber 1 für aufkommen. Weiber 1 für aufkommen. Frage vor, ich meinte Infanterie kommen. Ja, wir haben mehrere Mal reparieren, haben wir Infanterie im Nahbereich gehabt. Ja, aber haben wir erfolgreich bekämpft bekommen. Verstanden. Ja. Motor wieder ausgeschaltet, dann bleibt Fahrzeug kühl. So, mit den Ketten, das hat gar nicht funktioniert, weil keine an Bord sind oder ist die Interaktion nicht klar? Das ging auch gestern noch im Trainingserver nicht, habe ich nicht geschafft. Wir sollen zur Not Gottfaser anfunken. Okay. Machst du das? Ja, ich blute wohl wieder aus allen Löchern. Ja. Das heißt, wir müssen das Fahrzeug reparieren, damit wir dich zu Ellie schaffen können. Ungefähr, ja. Gottfaser für Weiber 1, willkommen. Gut. Wir haben das Problem, wir können unser Fahrzeug nicht vollständig reparieren. Wir kommen nicht an die Kette dran. Ist das so gewollt? Hi. Ich stehe neben euch. Was meint ihr mit vollständig reparieren? Ja, nicht vollständig. Wir können die Kette gar nicht reparieren, weil wir keine Interaktion haben. Ähm, praktisch irgendetwas zu tun, wo Kette reparieren dran steht oder eine Kette von Bord nehmen oder so? Wir haben eine Waffe wegstecken. Ah. Okay, gut. Dann geh du mal an die linke Seite. Ich mach's an der rechten. Okay. Gut, viel Spaß. Dankeschön. Äh, danke. Äh, Specki, hast du irgendwas mit Kette reparieren? So, jetzt hab ich die Waffe weggesteckt, jetzt schauen wir mal. Also ich flick mich noch ein bisschen zusammen. Ja, und ich flick hier auch mal überall ein bisschen rum. Die Engine muss ja auch noch repariert werden. Äh, Specki, hast du die Kette reparieren können? Negativ, ich hab's immer noch nicht gefunden. Aber es dauert noch eine Sekunde, ich repariere gerade noch mal die Engine. Ich versteh das System nicht, aber okay. Ja, ich war eben mal auf dem Fahrersitz, also da ist noch alles rot. So, ich bin wieder soweit geflickt. Also ich kann mich dunkel erinnern, dass man zum reparieren der Kette ein Kettenstück braucht, das wir nicht dabei haben. Kommt der jetzt an die Kette dran? Äh, ich hab nichts im Frachtraum. Ähm, Chimera Viper One, ähm. Ähm, Kette kommen wir immer noch nicht ran. Und wir haben auch kein Ersatzzeug im Inventar. Wir haben Heinde im Südbereich. Wir haben Heinde im Südbereich. Schief, wir sollen dann die Logistik auf unsere Position anfordern. Äh, Jungs, äh, Süden muss irgendein Fahrzeug sein, das auf euch schießt. Wie kam das an? Jungs, hört ihr mich? Also ich hör dich. Ähm, ich hör dich auch. Genau, Richtung Süden hat gerade Viper 5 ein feindliches Fahrzeug gemeldet. Alles klar, viel Erfolg. Okay, alles klar. Ja, was denn? Ähm, so, also wir sollen die Logistik jetzt hier auf unsere Position kommen lassen, damit die das Wasser hier reparieren. Geriffen. Ne, Viper 5 ist, äh, in Overwatch. Specki hat Turret bemannt. Äh, nochmal bitte Specki. Specki hat den Turret bemannt, der funktioniert wieder. Ja, das ist schön, wunderbar. Ja. Unbekanntes Objekt auf 073. Viper 1, halt. Aber in Feinkontakt Ost 078, unbekannter Mann stärker, komm. Ja, so verstanden. Specki, äh, im Ost, äh, gibt es, äh, Feindbewegung. Unbekannte Mann stärker, hat Viper 5 gesagt. Seh ich auch so, aber ich hab kein klares Ziel. Soll ich's beschießen? Ja, wenn die das identifiziert haben, hast du Feuerfreigabe. Ja, ich hab ein Korn. Ja, genau. Äh, so. Ja. Ich bin hier. Ja. Ich bin hier. Ja. Ich bin hier. Ja. Ja. Rakete, ich geb, ich feuere eine Rakete ab. Ja. 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 Gegner bekämpft. Genau, äh, dann halt jetzt genau, äh, wie die ganze sah. Jetzt wieder. Vielen Dank. So Specky, ich bin wieder an Bord. Der Rekord wird dann gleich... Unbekannte Einheit auf 071. Wird aber bekämpft. Äh, ja, richtig. Also, zwar Viper 5 hat jetzt nördlich unsere Position, also etwa da, wo wir sie abgesetzt haben, Overwatch eingenommen. Frage, auf welchem Kanal mache ich das? Äh, du meinst Unterstützung anfordern? Äh, ja. Auf dem 148er Block 1 Kanal 2 bei Bedarf. Dann bleibst du drauf auf dem Kanal, bis sie da sind. Okay, also auf Kanal 2 wechsle ich dann jetzt. Dann bin ich nicht mehr für Chimera hörbar, aber okay. Das ist dann so. Ich hätte angenommen, dass das läuft auch über Chimera. Meld dich mal kurz auf dem Chimera-Kanal ab. Ja, hatte ich denen gesagt, dass ich es jetzt bestelle. Haben wir eigene Einheiten auf dem Turm oben drauf? Äh, ja. Ähm, das sind eigene, ja. Äh, wie ist das Callzeichen von, ähm, Supplies? Dragon. Äh, äh, das ist Dragon, aber Callzeichen ist, äh, ich gehe mal davon aus, dass das was unseres ist, das ist Viper 1. Ja, nee, wenn ich die anrufe, dann ist das Dragon, ne? Korrekt. Okay, dann mach ich das mal. Jo. Dragon für Viper 1 kommen. Bereit für 8-Liner? Location, 1, 4, 2, Brake, 2, 0, 9. Callzeichen, Viper 1, Priority, Flash, Security, Armed Escort, Marking of Landing Zone, Smoke, White, White Smoke. Landing Zone Size, 20 by 20 meters. Requested Supplies, 2 Ketten und vollständige Instandsitzung. Additional Information, none. Ähm, so verstanden? Probe. Das ist korrekt. Äh, Viper 1, Ende. So, dann bleib erstmal auf dem... Warte mal, du müsstest ja praktisch... Über die 117er sind wir ja auch noch zusätzlich aufgestellt. Das heißt, den Company-Funk kriegst du ja noch mit, ne? Den hab ich nicht aktiv, dann müsste ich den noch einschalten. Ne, ne, lass mal, es ist schon, es ist tatsächlich nur chaotisch genug. Ich weiß nicht, war einer von euch schon letzte Woche dabei? Vorletzte Woche waren wir dabei. Ja. Äh, vorletzte, ja. Also ich fand es vorletzte Woche viel angenehmer. Da läuft tatsächlich alles über dem Kommandanten. Und die Schützenfahrer waren aber mit aufgeschaltet. Und das lief dann praktisch alles über Bülpumit. Ähm, ah, schon wieder beschlossen. Äh, oh, Panzer, 009, äh, 099, los, 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 los. Äh, BTR. Äh, verlegt 1 und 1, ist Feuer frei. Okay, das war... Der wurde ausgeschalten. Ah, glüht noch. Halt den mal im Auge. Ich könnte ihn eh nicht bekämpfen, der steht schon wieder großteils hinterm Gebäude. Ja. Ja. Also die Funkwege sind viel zu lang, um praktisch hier wirklich schnell agieren zu können. Da war praktisch die Platoonführung, das hat glaube ich vorletzte Woche der ROG gemacht. Der hat dann direkt, ähm, über die Panzer verfügt. Und ich glaube die Panzer, genau, direkt über die, nee, die, genau, über die Infanterie. Und die Infanterie, das ist tatsächlich das Einzige, was ich zu heute ändern würde, würde ich tatsächlich dem SPZ-Kommandanten unterstellen. Das ist auch schwierig, ne, Rico, äh, Funken und dann noch, äh, Anweisung von mir wegen Fahren. Ja, und wenn man hier beim Fahren auch überhaupt nichts sieht, ne. Also ich, ich wusste nicht, wo sind Mäuerchen, ne. Zum Teil habe ich Griffin verloren, äh, ist der Horror hier mit den drei kleinen, äh, Schlitzen. Rico? Ja. Du kennst den Trick, würde den Kopf in der Fahrer, äh, schlittifft? Ja, schon. Okay. Also ich halte das, äh, gut, egal, wir müssen es da rantasten an das Thema. Scheinbar ist ja eine Nachfrage nach Panzer, äh, müssen wir uns das halt ein bisschen erarbeiten. Interessant, dass der BTR eben, als ich ihn entdeckt habe, war der, äh, nicht sonderlich hell. Dann hat er den Motor gerade erst eingeschaltet, die brauchen ein paar Sekunden, bis der Motor heiß wird. Ah, wenn der Zeus so ein Fahrzeug spawnt, dann ist der erst mal kalt. Äh, nördlichste Position, neuer Panzer entdeckt, bei, ähm, Wiper 5. Ach, wir hätten natürlich auch mal eine Medic-Kiste mitschicken lassen können. Ja. Lootest du noch? Hm, im Moment nicht. Doch. Dann, äh, mach mal Spuck und Pflaster drauf, bevor du uns jetzt hier umkippst. Ja, normalerweise sieht man ja immer so rote Pünktchen in Sichtfeld, aber das hatte ich jetzt gerade nicht. So, jetzt bin ich erst mal wieder dicht. Hab auch nur etwas Blut verloren. Also bei uns zum Beispiel, als wir den Motor recht lange schon aushaben, dürfte man uns auf Thermal praktisch nicht mehr sehen. Deswegen ist es auch immer hilfreich, wenn man den Motor häufig ausschaltet. Erstmal spart Sprit und zweitens leuchtet man halt nicht im Dunkeln. Wie kann ich einen, äh, Rauch auslösen? Zeben. Ach, okay, danke. Das kannst du zweimal. Jaja, ich hab mehr Eindruck, dass die der Rauchwand an die Zahl 2 steht, implizierte das, dass wir nur zwei Freischlüsse haben. Und, äh, wird das Fahrzeug dann 360 Grad eingenebelt? Ne, 180 Grad nach vorne. Okay. Oh. Äh, Specki, äh, mach du mal vorne und nach links und ich mach vorne und nach rechts. Okay, eher gut, vorne und links, da ist natürlich unser KPZ, die glaube ich, muss ich nicht in den Hintern gucken. Dann gucke ich mal ein bisschen Richtung Turm und Weitweg. Ne, Turm, das ist ein eigener. Dann, äh, machen wir es so, dann bennehm ich den Norden, also nördlich oder Fahrblickrichtung und du nimmst, äh, rechts das Fahrzeug. Das ist so verstanden. Bist du auch überwiegend der Thermalsicht, äh, drin? Sehr häufig, ich wechsle auch hin und her, weil manchmal sieht man Ziele nicht gleich in Thermal. Also, ich mach's meistens so, ich fahre einmal von links nach rechts, dann schalte ich um, dann fahre ich mit Thermal zurück. Ist ja relativ einfach, zweimal ändern, dann bist du ja mit einer jeweils anderen Darstellung. Viper 1 hört. Viper 1 hört. So, verstanden, ich gebe es weiter. Chief, ähm, von Chimera, äh, sobald wir wieder fahrtüchtig sind, werden wir den Compound ran verlegen, Viper 5 aufnehmen und weiter Richtung Stadt vorrücken. Alles klar. So, die Dragons sind jetzt auch in Bewegung. Okay. Äh, da wo die Dragons rumfahren, da fahren die aber eigentlich mitten durch das Feindesgebiet. Die fahren unsere alte Strecke. Okay, wenn ihr das sagt. Die fahren hier halt gerade frontal auf Atira zu. Ah, die werden abbiegen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel mehr Action für mich. Alles vor zwei Worten. Ja, das mit dem 8-Liner, das hätte ich mir auch besser ausgedruckt. Das habe ich so vorher auch noch nicht gemacht. Ich dachte auch nicht, dass das jetzt noch auf mich zukommt, aber da war es auch schon zu spät, als ich es gesehen habe. Ja, tatsächlich habe ich es auch noch nie gemacht, aber dadurch, dass der Darkseize den Link gepostet hat, habe ich mir mal geguckt, wollte dann anfangen, mir das aufzuschreiben, habe ich gesehen, dass der Zero sich die Mühe gemacht hat, dort ein ausdruckbares PDF zu verlinken. Ja, da hatte ich nur keine Gelegenheit mehr reinzugucken, erst als ich hier schon ein Video gefahren habe. Wir haben hier mehrere Feinkontakte, insbesondere aus Norden, mit Feinsquad angreifend auf unsere Position. Frage, wann könnt ihr uns unterstützen kommen? Ähm, aktuell gar nicht. Wir sind fahrunfähig und warten noch auf Unterstützung von Trek. Unbekanntes Fahrzeug auf 338. Ähm, dann... Feuer frei! Ähm, ja, hörst du mich noch? Hallo? Hallo, hört ihr mich noch? Ich höre dich noch. Scheiße, wir sind total beschädigt, ich kann den Turm nicht mehr bewegen. Ja, ich... Wir müssen raus. Okay, alles klar, raus. Oh, ich blute auch wieder. Gut, dann pass auf, wir geben jetzt die Felsformation zurück. Ich hatte nämlich erst gesagt, das lag gerade in meinem System. Okay, kommt hinter das Fahrzeug. Ich verbind mich noch eben. Ja. Ich repariere gerade den Turret. Keine Ahnung, was hat uns denn da jetzt gerade getroffen? Ich habe keine Ahnung, ich habe aber auch keine Animation gehabt, irgendwie. Ähm, Viper... für Viper 1? So, Specki, welche Richtung war jetzt das Fahrzeug, von dem, äh, gesprochen hast? Moment. Ungefähr 3, 3, 0, 3, 2, 0. Äh, von Fahrzeugaufsicht aus, nee, ne? Ja. Gut, das heißt, keine Ahnung, was das jetzt für uns heißt. Also der Optik nach war das ein Hunter. Mit einer M2. Ich glaube, die Jungs haben viel Spaß mit uns. Tome ist wieder einsatzbereit. Die Dragons kommen. Keine Ahnung, zur Frage hast du, äh, konnt du den Turret wieder bewegen? Ich habe den Turret wieder repariert, deswegen konnte ich ihn bewegen. Alles klar. Rico sagt den Dragons mal, sie sollen auf der Seite vom Berg bleiben. Wenn die hier hochfahren, sind sie mitten in der Schusslinie. Okay, ich bin auch wieder an Bord. Äh, Chief ist auch wieder an Bord. Rico, komm rein. Oder weist die anderen ein. So, 3, 3, 0, sagtest du, ja? Äh, Kontakt 191. Kontakt 191, gibt es mal einen Dragon weiter? Kontakt 191, für Dragon. Kontakt 191. Direkt Nahbereich, direkt vor uns. Nahbereich, äh, Kontakt 191. Oh, mehrere, äh, multiple Kontakte, rechtseitiges Fahrzeugs, hinter dem Busch. Ich schieße hier blind in den Nebel rein, aber ich scheine was zu treffen. Ja, äh, der ist direkt am Fahrzeug jetzt dran. Da kann ich nichts machen. Da kommen noch einen da hinterher. WIPER 5 war ausgefallen, WIPER 5 jetzt wieder online. So, ich habe jetzt alle meine Tönigies an, aber ich habe kein Verbandsmaterial mehr. Ja, äh, nicht gleich mal. Sind das eigene Einheiten unmittelbar im Gebüsch? Ja, das sind eigene. Wer ist das, der hier zum Panzer kommt? Das ist ein eigener. So, ähm, der hat sich direkt hier abgelegt. Ich habe auch, also er hat sich so gut hingelegt, den hätten wir nicht gekriegt. Ich habe jetzt ein ganzes Magazin rein versenkt vorsorglich. Also ich hoffe, er ist dann auch häufig, äh, genau so häufig tot. So, äh, Wideraufnahme, WIPER 1. Äh, ja, wir haben mehrere Gefechte im Nahbereich. Sind noch mal süchtzeitig ausgefallen. Frage, wie geht's euch? Wir sind soweit wieder alle auf den Beinen. Wir haben immer mal wieder Beschuss. Komm. Alles klar, äh, zur Info, Dragon ist jetzt bei uns. Sind das Fahrzeug soweit wieder in, äh, Betrieb und dann, äh, sitzen wir zu euch rüber. Ähm, ich sag euch vor Bescheid. Komm. Ja, WIPER 5, so verstanden. Ende. Äh, Speck E167. Da liegt jemand im Busch. Ich weiß nicht, ob er schon tot ist. Ist da direkt hinter die Mauer? Ja, ich sehe einen Moment. Der schaut ziemlich tot aus. Ich gebe ihm aber noch ein paar Granaten rein, weil der Hinterkopf... Ah, ja, 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 mach noch einen MG. Äh, Gottes Willen, sei mal sparsam. Ja, ich möchte um die Ecke schießen. Das geht nur mit Granaten. Ja, dann halt eine, aber... Ja, der schaut gut aus. Und der ist auch tot. Ich auch noch die letzten fünf Schuss raus, dann lade ich nach. Äh, Rico, bist du auf Bord? Ja, ich bin links neben dem. Nein, alles klar, bist du. Ähm, du hast, äh, den Track eingewiesen, oder machen die das jetzt selbstständig, oder wie koordiniert sich das? Ich hab keine Ahnung, also ich hab die eingewiesen soweit, ich bin dann noch auf deren Funkkreis und, ähm, ich blute jetzt so still vor mich hin. Ja, scheiße, ey. Ja, also, pass auf, dann spre... äh, biete ihn deine Hilfe an. So schnell wie fertig sind, so schnell sind wir dann auch bei Ali. Ja, die kommen jetzt erst ran. Ich steig da mal aus. Jupp. Also, die kommen immer wieder hier rechts hoch, ne, die Schweine. Ja, ich... ähm, wenn ihr die Stellung nicht halten könnt, äh, ohne großartige Verluste, lasst euch zur Not zurückfallen. Komm. Oh, lauter wiederholen. Wenn notwendig, recht in Kontakt und lasst euch zurückfallen, komm. Ja, so verstanden. Kontakt noch auf weitere Entfernung, wir halten Position bis Ankunft. Wir sind wieder fahrbereit. So verstanden, wir sind gleich bei euch, ich stehe mal so 5 Mike, komm. Wir sollten vielleicht ein Stück zurücksetzen, um die restlichen Sachen zu reparieren. Okay, warte mal. Der hat doch gesagt, zurücksetzen. Halten. Das war eben doch deine Ansage, oder? Ähm, wir dürfen nicht, uns nicht bewegen, die reparieren gerade. Achso. Äh, Specki hat mir gesagt, ich soll zurück, äh, wir sollen zurücksetzen. Ne, 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 ich hab gesagt, wir könnten, wir sollten zurücksetzen, um zu reparieren. Das war noch nicht die Auffordung, dass wir es wirklich tun. Nein, Darksess meinte, wenn wir uns noch einmal bewegen, ist er weg. Ja, hat er ja auch recht, gut. Ja. Äh, so, Griffin hat, ähm, Medics Bestell, Medics Supply bestellt, wir könnten uns mit dem abstimmen und, ähm, wenn das für ihn okay ist, uns auch da was rausnehmen. Ja, dann, äh, verladen wir das, was wir dir geben, äh, ins Fahrzeug rein. Und, äh, nehmen wir das mit zu, äh, Viper 5. Ihr könnt mir jetzt noch nicht irgendwie, äh, oder ihr könnt mich jetzt noch nicht heilen, weil ich blute jetzt wirklich. Ja, ja, schon, äh, äh, frag, du hast mich nicht mehr. Moment, ich leg mal ein bisschen Verbandsmaterial in den Wagen rein. Ah, okay. Ah, ja. Danke, dann heile ich mich erst mal wieder. Boah, ich blute am ganzen Körper. Du meinst im ganzen Körper, nicht am Körper. Oder aus ihm heraus. In die andere Richtung. Other way around. Ja, ja. Weip 1, hört. Ja, Jungs. Da dritten wir, was ist da eigentlich noch... Weiß ich auch grad nicht, ich versuch die mal zu erreichen. Griff in 1 für Viper 1. Ja. Also ich lauf... jetzt ist er weg. Ähm... Reparieren die noch am Fahrzeug? Wir haben ja noch mehr überschätigte Komponenten. Ich bin ein bisschen auf. Ja, in den Rufe! Und wir dürfen auf, bis nicht weiter zu arbeiten! Vielen Dank. Rico Verspecki? Ja, ich bin hier. Kannst du mal nachfragen, ob die bei uns noch was zu Ende reparieren? Wir haben noch ein beschädigter Hull, Engine und Turret. Ja, ja. Nee, nee. Brake, Brake. Die sind noch am Fahrzeug dran. Das dauert noch. Okay. Eigentlich bräuchte der Kommandant irgendwie auch noch eine Spritze. Also eine Bleispritze. Irgendwas kleines. Ja, hier kommen Geschosse rein. Wie auf unsere Position? Ganz ungezielt steckt bei uns in der Gegend ein. Ich kann es nicht beurteilen. Ich sehe auch nichts. Feinde aufgeklärt auf 038. 038. 038. 038. 038. 038. Ja, das ist verstanden. Ein Feind ist noch nach links, da kommt noch einer. Ein Feind ist noch nach links bei 030, aber da sehe ich ihn nicht mehr. Der ist hinterm Gebüsch. Stell die Kiste hinterm Wagen ab, dann können wir die ja plündern. Versuch sie direkt ins Inventory reinzupacken. Kann man die von da, kann man da drauf zugreifen? Nein, aber wir müssen uns beeilen, weil Viper 5 hat jetzt Mörpers Hilfe angefordert. Teil mal Viper 5 mit, dass bei denen im Osten, irgendwo im Tiefland, einer noch rumrennt, ein Einzelner. Okay. Gib mir mal nochmal eine Position im Osten. Ist jetzt ein bisschen unschuldig. Der war auf 030, Entfernung... Entfernung 530. Teil war 1, wir brauchen dich als Unterstützung hier. Ja, alles klar, wir machen uns gleich auf den Weg. Regen empfiehlt, dass wir gleich rüber fahren, wenn Griffin da weg ist. Dann können wir da weiter beladen. Ich gehe aber noch einmal rüber und hole schon mal eine Medikiste. Negativ aufladen. Viper 1 braucht unsere Hilfe. Sagt Griffin, wir kommen nochmal zurück. Die brauchen uns jetzt. Sofort aufsitzen. Okay. Per 5 hat Ausfälle. Boah, ich muss jetzt echt hacken gar nicht. Frecken für Viper rankommen. Alles klar. So, sitzt du Rico? Ich sitze. Ist keiner am Fahrzeug dran? Ähm, Korrektur. Wir müssen jetzt los, wir kommen nochmal zurück zum Beladen. Haltet bitte die Position. Okay, so jetzt, wenn keiner dran ist, dann Nordschwenkmarsch. So, ähm. Genau, wir fahren jetzt einfach praktisch straight ahead. Ziele aufgeklärt, 0, 2, 0. Nee, sorry, nochmal von vorne. Vermutlich Feind jetzt hinterm Hügel. Ich komm. Fahr nach rechts weiter und brich durch, dann sind wir im Nahbereich an ihnen dran. Ja, okay. Ran an sie. Äh, stand by. Wir sind wahrscheinlich gerade auf dem Weg zu euch und haben vermutlich Feinde direkt im Nahbereich aufgeklärt. Äh, nehmen Kampf auf. Links ausweichen. Das ist ein Panzer. Guck mal. Ein Gegner müsste noch da sein. Äh, ja, guck mal auf 089. Wie soll ich fahren? Okay, alles klar. Dann weiter nach Nordenmarsch. Äh, warte mal. Wollen wir jetzt ein bisschen außen fahren. Wir sollten hier nicht zu lange stehen. Hier kriegen wir noch die Presse. Komm, griff weiterhin aus Nordwest. Dann fahren wir in der Base reingedrungen. Fahr nach rechts wechsel. Wir sind total schief auf der Stellung drauf. Okay. So, wir stehen bei euch. Wir fahren an die Base dran, beziehungsweise sind schon dran. Wo hin jetzt? Zurück, zurücksetzen. Zurück, zurücksetzen. Zurück, Richtung Süden zurücksetzen. So, rechts einschlagen. Den Ügel hoch, den Ügel hoch, den Ügel hoch. Stell dich an das Panzerfahrzeug dran. Anders Panzerfahrzeug dran stellen. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Rechts von unserer Position. Scharf rechts, 90 Grad. So, jetzt links einbrechen, links einbrechen, sodass wir Freizeit bieten, damit wir einsteigen können. So, links einbrechen. Ist das ein Gegner auf 315? Klär visuell auf. Äh, Viper 5. Jetzt seh ich nichts mehr zurück. Nein, stehen bleiben. So fahren wir den Platz. Stehen. Okay. Äh, Viper 5, ihr könnt einsteigen. Wir sind an eurer östlichen Seite. Ja, so verstanden. Frage, kannst du in Base reinfahren? Wir brauchen dich als Unterstützung, um Verwundete zu werden. Komm. Äh, ja, so verstanden. Ja. Dann stell dich mal bitte sichtbar für den Fahrer vor das Fahrzeug und navigier ihn rein. Äh, RTW. Also, ich habe im Übrigen eine große Menge Blut verloren. Ja, Leute, ich kann es gerade sagen, bevor ich mir folge. So, jetzt ist er vor uns. Äh, warte hoch. Äh, wo? Ich sehe dich nicht. Ich sehe noch nicht. Ah, okay, alles klar. Ja, ja, okay, ich habe ihn. Ja, fahre auf das ist ein Frack auf diesem, äh, auf diesem Panzer. Äh, nicht Panzer. Meine Blickrichtung, fahre geradeaus. Marsch. Ja, ich sehe dich. Ja. Ja, wir sehen dich. Genau, jetzt einfach folgen. Ich sehe nix. Geradeaus, 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 geradeaus. Ich soll da noch nicht reinfahren. Ich sehe nicht. Ja, alles klar. Weiter geradeaus. Du musst jetzt navigieren zwischen dem Frack und den Steinen hier. So, ähm, Fahrt 232. 232. 232. Stopp. Das ist natürlich jetzt nicht gut, dass Crafflin da reinfährt. Okay, gut, alles klar. So, dann, äh, weit... Ne, stopp. Ähm, Specki nach außen decken, nach außen decken. Guck, dass du links und hinter das Fahrzeug deckst. Das ist natürlich jetzt sehr gut, dass der da steht. Wow, ey, dieser Funkreis ist die Hölle. Äh, Viper 5, wir kriegen jetzt hier die, äh, wir kriegen die Einfahrt versperrt. Ähm, ich komm raus und helf euch. Wofür bei passen. Wofür bei passen, bist du? Alles klar, ich merke jetzt noch kurz meine Verwundeten. Ja. 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 Okay, ich steig aus. Du kannst drehen. Meld dich bitte. Kann's drehen. 90 Grad nach links drehen. Okay, ich drehe 90 Grad nach links. Ausführen. Äh, ich spreche. Okay. Passt, bin wieder drin. So, ich, ähm, also mein Sichtfeld ist ziemlich eingeschränkt. Ich hab ne große Menge Blut verloren. Ich verbinde mich jetzt wieder. Ähm, Adler für Chief. Äh, ich hab's nicht verstanden. Soll ich irgendwo hinfahren? Keine Anweisung von mir. Ich hab allein gesammelt. Wir haben drei Verwundete. Medic, Ali, Hadprio. Ich dachte, das wäre schief gewesen. Ja, äh, sorry. Ich hatte gerade eben unter Reden. Was hast du gesagt? Frage, Verwundete wo? Ja. So, die Kiste ist jetzt im Laderaum, aber ich kann von hier aus nicht drauf zugreifen. Ja, die Kiste muss man erst ausladen. Ja, ja, genau. Ähm, ich weiß nicht wie lange ich noch durchhalte, ne? Bevor ich dann irgendwann hier lieg und ihr kommt gar nicht mehr an mich ran. Äh, wir kommen an dich ran, auch wenn du drin bist. Na gut. Einfach durchhalten. Kannst du mir noch ein paar Mull Binnen rüber geben? Ich glaube ein paar habe ich noch, aber nicht mehr viele. Drei. Nehm ich alle. Ich danke dir. Bist du eigentlich noch am Dragon Funk Kreis? Ja, ich bin jetzt auf allen wieder. Check. Draußen nur Dragon und hier alle. Ich glaube, du machst das am besten, sodass du jetzt alle 30 Sekunden bildest, ob du noch lebst. Ja, gute Idee. Okay, also ich bin wieder an Bord. Folgendes, äh, der ganze Laden ist ziemlich durchgeschossen und auch unser einziger Medic ist ziemlich down und äh, mit dem Funkplan ist irgendwo der Wurm drin. Ähm, wir machen jetzt folgendes, wir werden jetzt alle mit der 148, äh, ihr habt ja keine 148, korrekt? Doch, haben wir. Ich hab ein 117, das ist dasselbe. Ja, dann gehen wir mit der 148, äh, auf Kanal 1, bringt mich überhaupt nichts, weil, äh, Joker mich gar nicht erreicht, äh, und auch über die 117 irgendwie nicht, oder, ich hab keine Ahnung, ich hab's nicht so bequem in den Tagesverstand. Ich gebe jetzt an Viper 5 durch, dass wir auf Kanal 1 auf der 148 wechseln. Äh, Viper 5 für Viper 1. Äh, wir wechseln jetzt mit der 148, äh, auf Kanal 1. Komm. Ich sehe momentan keine großartige andere Option, weil der ganze Funkplan geht in der Praxis nicht auf. Komm. Naja, es ist praktisch so, als wenn du als Spotty da überfugierst. Dann, äh, bist du Squad- und Teamleader. Willkommen bei Able 3. Ne, ihr schalt bitte auf, äh, äh, Kanal 3, äh, 1. Viper 1 meldet sich am Funkreis an. Ja. Streng genommen waren wir nie weg, weil ich dann ja auch abhöre. Ja, aber irgendwie konnte ich Joker nicht erreichen, sagt er mir. Weder dich noch mich. Aber klar, ich war ja dann auf 3. Ne, also, ich glaub das war letztens noch echt besser. Ach so, eben als ich draußen war. Da hatte ich dann nur Dragon, äh, Funk. Ah, dann hat er das vielleicht gemeint. Pfff. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Es macht irgendwie Sinn, wenn... Der Platoon-Sater, der Command, tatsächlich alle 3... Äh, dass im Prinzip Dragon über den gleichen, ähm, Funkkreis erreichbar ist, wie die Squads. Oder die Züge, wie auch immer wir das hier nennen wollen. Da muss nämlich niemand umschalten. Und dass der Fahrer noch ATO ist, ist keine gute Lösung. Ne, das merk ich auch. Weil ich merk nämlich, ähm, wirklich, ähm, sehr zeitverzögert reagiert. Ja, sorry. Ne, das ist dann alle reden gleichzeitig. Ne, das ist kein Vorwurf. Ne, alles gut, das ist kein Vorwurf. So, jetzt, ähm, okay, okay. Wir sind mit dem Heck, wenn ich das richtig verstehe, ins Lager rein. Das heißt, die können direkt beladen, wenn sie wollen. Okay, alles klar. Gut. Ich bräuchte nochmal ein paar Mullbinden, also ich hab Speckis und meine komplett aufgebraucht, aber blute immer noch ein bisschen. Ich lege von mir jetzt auch ins Fahrzeug rein. Ich schau mal kurz aus ins Fahrzeug, bin mal kurz aus dem Turm draußen. Specki, was meinst du, kannst du die Kiste auspacken und ins Inventar legen? Gute Idee, mach ich mal, bis gleich. Geht ihr mal in den Turm. Ähm, Chris, Chris und Chief bitte einmal zu mir zum Turm kommen, wir können uns weitere Vorgehen besprechen. Ach gar, alles gab mir noch auf dem Weg. Nein, was? Danke, ok. Danke schön. Kannst du mir vielleicht auch einen Medic irgendwie besorgen? Ich suche dich gleich. Hier. Griffin 1, will Schimera kommen? Griffin 1, 3. Ja, kannst du Chris Chris mal auf den Panzer schmeißen und zu mir oben auf den Turm schicken? Wir brauchen dringend eine Medic. Chris Chris hat den Panzer verlassen. Ja, wer braucht Medic? Medic, hier hinter dem LKW. Hier. Medic ist hier. Ich glaube, er steht auf dem Turm in... Wir haben einen Schwerverletzten, der muss im Fahrzeug behandelt werden. Danke. Nein, ich komme zu dir. Kein Problem. Kommst du mit? Späcki? Brauchst du das? Ok. Nein, und zwar, wenn du mir folgst. Hier im Fahrzeug ist Rico drin. Steig ins Fahrzeug ein und behandle ihn. Er kann da nicht aussteigen im Moment. Ich schaue es mal an. 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 Wenn du raus bist, dann kannst du nicht. Wenn du den Fahrzeug bist, dann kommt dich. Halt. 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 Hinten Fahrzeug. Hinten Fahrzeug. Oder bin ich? Hier! Rücko! Hinten Fahrzeug. Hinten Fahrzeug. Jetzt habe ich dich. Ja, ich klappt. Naja, doch ausgestiegen. Ja, ich glaube, ich habe schon 30 Mulden oder sowas verbraucht. Jupp, du siehst toll aus. Hm. ich glaub's nicht wieso kann ich jetzt ja ich hab dich aber ich kann dich irgendwie nicht verbinden hast du die waffe geschultert oder nein ja dann mach das doch wer ist jetzt im moment am turm tatsächlich habe ich dich nicht geschuld gehabt jetzt chief wenn du gerade nicht so gut hast geh in den turm also ich muss dich zuerst zu machen wieder gibt nur wieder 5 1 wird ich kann dich nähen wieso kann ich dich nicht nähen wer hat gerade bei 1 gerufen 60 sierra zu nähen ich danke dir keine sorge ist mein erster medik oder doch was für uns tun sprecke kannst du mal nach dem kraftstoff stand gucken ja kann ich gleich mal moment ich glaube da haben aber nicht viel verloren also wenn auch etwas laut zusammengesetzt ist ja noch 30 sierra sehen sierra dann schaue ich dich noch muss ich blute wieder ja und da ist 5 sammeln bei 1 bis ich hier überall durch bin ich sprecke was sagt der sprit ich streiche jetzt erst ein spritt 90 prozent voll kraftstoff stand bei 90 prozent war das ende legt ihr solinium eine wird nicht reichen also soviel wie der verlorener kannst ihm zwei liter reinhauen ich weiß nicht aber ich habe nur 500 hier in der kiste haben wir noch jede menge saline im fahrzeug auch mit ihnen die mal in der kiste ja wie viel wie groß sind die feindleter im fahrzeug sind noch ein paar im fahrzeug sind noch ein paar eindleter die kannst du auch nehmen ja ein liter also jetzt laufen wir 500 milliliter durch ich habe 5 eingetroffen bei spz war kein kurz machen das klautern in sicherung jetzt darfst der stöhnt denn hier ist unglaublich das bin ich kann man irgendwas gutes von rico ja kann man nicht ich war glaubt nicht schneller werden bevor das wieder aufgeht so dann riko wird schon versorgt sehr schön willkommen zu den lebenden zurück und wir fahren praktisch jetzt gleich praktisch hier rein wir sind ja ungefähr hier fahren rein doch zu euch raus und fahren dann hier wieder zurück gucken dass wir in etwas höhere position das ist etwa die gleiche position die wir eben hatten und ihr werdet dann erstmal diese position einnehmen also verstanden wir bräuchten aber dann relativ schnell euch möglicherweise als fahrzeug dort ich glaube meine blutung sind wir oder wunden sind wir aufgegangen werden wir dort stark haben ja deswegen also ich weiß nicht was wird das sein 1200 meter fahren wir wieder rein wir machen so wenn ihr dort im compound drin sein so lang warten wir das heißt wir schmeißen euch nicht gleich ich weiß nicht raus warten aber noch ein paar minuten im moment und dann fahren wir erst wieder zurück ja check aber ich nehme an also ich glaube zu fünf können wir den compound nicht halten der ist relativ groß sollten wir den gegenangriff aus bedrusten oder ähnliches bekommen ich dann wahrscheinlich als unterstützung alles klar gut jetzt haben wir das jetzt nicht wieder alle katastrophen zusammen kommen ähm gut we will do our very best session wunderbar ähm du instruierst deine leute ja ich habe drei tournikees ich nehme mir noch eins so wir fahren jetzt gleich wohin dort sind wir ab wir halten den compound wir fahren jetzt noch mal so viele fragen fragen frage wann könnte los fahren kommen fahren jetzt ist er bloß gekommen ach, checkst du mit, steh mir rein ähm, adler lass schon mal aufsitzen aufsitzen so jetzt möchtest du es vier haben jawoll, habe ich jetzt ein ganz ding hier oder was? richtig ich glaube die medickiste gleich ein, braucht auch noch jemand was zu reichersmeldung ne schief das war wieder auf unseren ok schief das was wir hier gefunkt 10 siere für das einladen viper 5 aufgesetzt ist der wagen inzwischen wieder repariert brauchen wir noch munition schief, kannst du mich hören viper 1, 4 chimera kommen viper 1, hör ihr habt ja selber alle karte dort wo viper 5 markiert ist dorthin gefahren war, dort setzen wir ab dort nehmen wir den compound viper 1, fährt zurück ok, viper 1, wird ja position zunächst halten warten auf marsch bisher frage verstanden negativ ja, position erstmal halten wagen ist aber noch nicht vollständig repariert viper 1, sieht check, dann redet nochmal mit der logistik ja, check genau wir fahren nämlich erstmal kurz über die drägen 1 für viper 1 kommen der weiß erscheint drägen, unser bm2t ist noch nicht vollständig repariert macht ihr das noch? ok, dann halte ich mich an den was hat er gesagt? äh, chief drägen meint, du wüsst bescheid was wir tun sollen damit unser Wagen ganz separat wird korrekt, genau so, das heißt du fährst jetzt praktisch ähm in die Base rein du hast ja gesehen der Eingang ist jetzt rechts von unserem Fahrzeug das heißt du machst einmal ein U-Turn du bist zu viel also ich fahr vorwärts hier raus, ne? genau, du fährst erst noch vorwärts raus, jawohl der braucht definitiv nen Einweiser, der draußen steht also ok, dann mach äh, ich warte mal, bleib mal stehen ähm halt stehe in 30 Sekunden bestimmt ja, ich geb Gas aber nur 30 Sekunden ist gleich da zählen 28 27 wir hatten auch direkt schon Kontakt bei dem Compound boah 7 Minuten die wir jetzt nehmen sollen Entfernung 389 Meter die 30 Sekunden sind oben eieieiei jetzt muss ich das Absatz befehlen, aber naja wie weit soll ich vorfahren? der Fahrzeug hat schon zu lassen das waren mehr als 30 Sekunden das waren mehr als 30 Sekunden ich hab gezählt gar kein Fall gar kein Fall aus meiner Position praktisch halten glaub ich in meiner Position und fahren doch doch ist ok einschwenken rechts paar Meter halt aus das war absitzen und rundum absitzen rundum das war das war das war 343er Block der was hat immer 1 Kanal 2 naja komisch wer hat den Kollegen gar nicht reden gehört nur über dich ja keine Ahnung ja das mit dem Funk ist heute echt ein Drama wenn ich draußen bin muss ich das auf Drecken einstellen aber dann kriegt mich Chimera nicht mehr ist alles doof so Wagen ist wieder vollständig repariert Wagen ist vollständig repariert Wagen ist vollständig repariert oh ja Drecken von Viper Drecken 1 von Viper 1 Drecken 1 von Viper 1 ähm der Wagen ist wieder vollständig repariert vielen Dank soweit ja habt ihr noch ein bisschen Supply für uns was wir mitnehmen können ok so verstanden danke euch Ende so wir haben auch nichts mehr an Supply was wir noch aufnehmen können das ist alles weg wunderbar das meiste habe ich hinten in den Wagen reingeschmissen ja hast du noch eine weitere Kiste geholt oder ne keine mehr angeboten bekommen ähm so alles klar jetzt äh Viper 5 gleich aufsitzen so Viper 5 aufsitzen so wir haben aber auch kein weiteres Material was wir da mehr schnorren können die haben alles abgegeben so Rico du bist äh wieder fit ich bin wieder fit ich bin genäht das hält auf okay alles klar so ähm wir haben neue Marker Position guck mal aufsitzen und zwar äh südöstlich unsere Position 4 wird Position Viper 5 dort ist ein guck's immer vorher an äh Rico dort ist ein Compound da werden wir Viper 5 hin fahren wir werden Viper 5 abgesessen bleiben wir mal einen kurzen Moment dort äh für den Fall dass die es zu heftig rein bekommen und äh wenn die da in den Compound drin sind dann hast du dann Viper 5 Bescheid und dann gehen wir dann praktisch auf die äh Warwatch Position Viper 1 verstanden? so verstanden erst Viper 5 absetzen wachten ist okay und dann auf Viper 1 äh zurück Viper 5 aufgesessen ich brauche hier aber auch jemand der mir sagt wo ich hier rein fahren soll ich brauche hier aber auch jemand der mir sagt wo ich hier rein fahren soll ich brauche hier aber auch jemand der mir sagt wo ich hier rein fahren soll Gryphonine für Chimera Chimera sagt wir sollen auch kurz warten geht aber gleich los ja äh äh ich bin jetzt Chimera und bin jetzt direkt ach so die wir sind direkt in die Position vor war okay also konzentriere dich bitte aufs Haar mit meinen wir haben einen für das erste gefunden ja also check dann Viper 1 Ausführung Viper 5 auf Markierung absetzen ja hast du verstanden Viper 1 macht sie auf dem Weg Viper 4 so einmal äh aus dem Fahrzeug ist niemand drin so dann einmal das Fahrzeug äh einmal bitte wenden ich sehe keinen um uns herum einmal 180 Grad okay Marsch etwas rechts und knallen wir an Dreckendran passt so aus dem Compound raus gleich links zu dem Straßenverlauf erstmal so weit folgen geradeaus leicht links dann solltest du deine Straßen sehen ich brauche die Straßen korrekt genau kippen wir ein bisschen Hackengas so du fährst jetzt auf einem Panzer vor ein Panzerschmack vor dem unbekanntes Ziel auf 110 stark verdeckt durch Bäume ja ja feuer frei so du fährst auf der äh Panzerfakt 2 vor dem links blick wo weiter weiter jetzt links einschwenken etwa 50 Grad ja das hat Griff hinbekämpft jetzt hier rechts rechts 90 Grad ok und dann siehst du vor dir ein Compound so und dort jetzt Halt Viper 5 raus Absetzen Voraus 141 Bekämpft Viper 5 Voraus Feindlich Infanterie Bekämpft 5 Bekämpft äh Griffen gibt uns Deckung äh Voraus hinter dem Fahrzeug äh 133 133 hinter dem Zaun hau auf die Zaun drauf Viper 5 äh im Vorfeld des Fahrzeugs äh im Kampf auf den Zaun kriege ich nicht weg ok alles klar dann warten wir noch einen Moment ich gebe nochmal eine Salve Geschosse gegen den Zaun vielleicht kriege ich ein Loch rein ne achso das ist ah ne das sind Steinzaun ich hab gesehen ich hab äh so links vor uns was eigene Einheiten gab's genau was war da? da war ein feindlicher BTR ok äh feindlicher BTR voraus äh bekämpft so ähm 130 Viper 5 hinter dem äh äh ja Steinzaun sind zwei einzelnen Infanteristen äh wir überholen euch rechtzeitig äh guck mal hier äh 131 ok ähm Fahrer 50 Meter vor auf das äh überholen euch rechts Viper 5 schieben schieben fahr einfach noch in die Mauer rein und dann holen wir uns den Malo rechts von der Straße rechts von euch rechts von euch so Halt Halt in den Compound rein sichern ich sichere die Straße weiter runter ja Compound 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 ist gesichert Ja Viper 1 nichts und weit rein fahren da wird es zurückziehen ich habe keine Masselektrack ja also verstanden Viper 5 äh wir ziehen uns zurück so dann rückwärts raus Sern Wecky du sicherst weiter nach vorne ich habe den Raum Viper 5 ansonsten Compound sichert nach vorne und links wo die gesichert wurden auf Kato McKinn genau genau super du hältst es wenn wir nichts weiter aber gleich zum Beispiel schneller als 10 kmh geht nicht oder? ne ich bin nun Vollgas ok aber das ist praktisch ich habe hier eine Rückfahrkamera das ist ok dann das ist gleich die Straße macht gleich äh schwenk nach links ja das sehe ich ok wunderbar du ok alles klar dann einmal 180 Grad wenn ich weggehe äh du behältst aus hier holen so und äh du suchst dir jetzt hinter dem Haus ähm weiter geradeaus weiter fahren weiter fahren weiter fahren ok so und jetzt hier hinter dem Haus halb stell dich ans Haus ran Feind Feind aufgeklärt zurück 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 ja Specky bitte so wo Feind äh 185 hinter dem Haus wir müssen mehr rechts jetzt geht das 3 stop das 3 ist 3 ne ne da zielen die alle drauf das glaube ich zurück 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 ok alles klar gut ähm so ähm Rico dann bitte auf 286 fahren zurück auf die Straße weiter links 266 Specky du sicherst den Compound zurück passt ok alles klar ja jetzt haben wir da wirklich eigene Leute äh sag den Leuten dann jetzt hier rechts einschwenken einschwenken genau gib mal ein bisschen Hackengas so Einfallstraßenfolgen so genau jetzt hier links 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 ich stell mich hier praktisch ein bisschen auf die Anhöhe so jetzt hinter den genau siehst du ja wo ich mich ausrichte so weiter geradeaus lass das Frack links liegen hinter dem Frack links hoch und ich möchte dass du dich zwischen die Büsche stellst so hier meine Blickrichtung ja genau Blick in die Stadt ist gleich null weil wir nur Gebüsche vor uns haben ja 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 da vorne die Büsche ja genau richtig einfach weiterfahren so jetzt gehts ein bisschen hoch so Specky siehst du mehr? ne ja ein bisschen aber jetzt stehen wir wieder vorne im Baum Stück zurück oder ein Stück vor eins von beiden nein ein Stück zurück weiter 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 stopp ok au da können wir doch mal kurz 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 naja da wird gerade kräftig eingenebelt da sehen wir gerade nichts aber das passt ein Meter vor also einmal das Fahrzeug 180 Grad drehen wenn du mit deinem Fahrzeug ein Meter vor ein Meter vor ja stopp rote aus ok ok ich glaube so ähnlich muss U-Boot fahren sein aber ich glaube das ist schwieriger weil du doch die Drehkatzmasse hast ne also nochmal ganz anders da in der Wirkung also ab Richtung 150 kann ich nichts mehr ab Richtung 140 kann ich nichts mehr einsehen 090 ist ein eigener ja ja naja na dann scheinfeuern unsere auch mit 40 Mike Mike ok alles klar ähm 20 Meter zurücksetzen genau ein bisschen einschweckender klar super jetzt sind schon die Steine nochmal ein bisschen zurück und zurück lassen push push sein ist egal der wächst nach fahren über den Haufen ja richtig ja ein bisschen einkehrende gehen genau nach links ja dann guck mal da wo du keine Steine hast ein bisschen höhere Position haben ah super stopp halt rote aus ach guck mal das ist doch Memorlaub hier ich sicher in die Stadt rein weil ich muss ja da schließlich auch rein kämpfen ja und wir sehen dass wir nichts sehen so ich guck mal ein bisschen in die Ferne guck da dass keiner guckt äh bei 114 sind das eigene Einheiten Entfernung 350 ich guck's nur selber nach gut wenn du das selbst verifizieren kannst dann tu das also da werden keine eigenen Einheiten auf dem C-Tab dargestellt ne 115 114 an der Hausecke ich sehe aber nur seine Kniffe sonst nichts nichts auf dem C-Tab an der Stelle ja feuer frei ähm ja Achtung Viper 5 äh jetzt gleich auf befohlenen Compound ein SWZ Feuer einstellen komm wir sollen das Feuer einstellen ja verstanden stellen Feuer ein einstellen ja ja ich glaube ich habe mich erwischt Chief du bist jetzt dauerhaft auf Kanal 1 ne ja ja ok da ist jetzt im Prinzip äh Viper 1 äh Viper 5 und äh wer heißt einer? Chimera Gryphon Gryphon für Chimera komm finanziell Frage was ist eure müsst ihr von außer Bäume fällen kommen? auf 1 0 1 ist jetzt eingehen unbekannter Kontakt auf 1 3 0 Feindlicher BMP BMP Feindlicher BMP Feindlicher Tank MBT MBT äh wiederholer MBT 1 2 0 äh Feuer frei keine Sicht ähm 1 2 6 äh Südost Tage ich glaube das was griffen den negativ den gehen wir auch kann ich noch nicht sehen ob ich ihn erfolgreich er lebt noch Feind MBT der ist ausgewichen wir haben jetzt gleich keine Granaten wir haben keine Granaten weg 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 wir haben nichts mehr weg 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 äh wir packen ein Beki halt nur die mir mit den Weg ich nur den Funktion Fahrrad genau äh darunter runter 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 Rechts und links. Rechts, 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 rechts. Ich versuche etwa gleich hinter dir das Wrack zu stellen. Das ist kalt. Hier ran, 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 ran. Stopp! So. Halt. Mutter aus. Dreh dich noch passend, dass nichts hinten hervorschaut. Strategie erkannt. Ja, unser Arsch. Es ist fast wegungsgleich. WIP-1 haben es überlebt. Haben uns jetzt eine neue Stellung gesucht. WIP-1 Ende. Check. Griffins für Chimera, komm. WIP-1, hörs. Wieso verliegt ihr einfach Position, ohne das durchzugeben? Verzeihung. Markierte Position, Griffins 1. Die Stadt ist nicht einsehbar. Wir müssen uns rechts vom Wald bewegen. Positiv Frage. Habt ihr jetzt gerade den MPT aufzählen können? Komm. Positiv hat einen Sichtkontakt, jedoch hat er sich zurückgezogen. Alles so mit. WIP-5, Fisch, Chimera, komm. WIP-5. Frage, sobald ihr verlegungsfähig seid, weiter in die Stadt eindringen Richtung Süd. So verstanden? Ja, so verstanden. Wir sind verlegungsfähig. Ausführungen sofort. Ende. Komm. Ich hab den Panzer mal auf der Karte markiert. Welche Markierung ist das? Moment. Ah, 1134, ne? Richtig. Ähm, hier WIP-1, äh, Markierung, Panzer, 1134. Bitte. Okay, ich überleg gerade, ob ich mal aufklären gehe. Wir können jetzt momentan eh nicht viel machen. Ich überleg gerade, ähm, Specki, du kannst ja trotzdem hier an dem Frag vorbeilucken, ne? Wunderbar. Ganz perfekt oben drüber. Bekämpfen wird ein bisschen schwierig. Ja, ich überleg gerade, ob ich mich auf die Bügel mal, äh, setze und mal Aufklärung habe. Aufklärungsarbeit von außen. Also, wenn du mich mit Rico zusammen ein bisschen arbeiten lässt, das geht schon in Ordnung. Dann kannst du aufklären. Gut, alles klar. Wir werden minimal die Position verändern, aber sag's uns einfach, wenn du 10 Meter weg bist. Alles klar. So, Rico. Ja, so wie beim letzten Mal, ne? Ich hab meinen Kopf kurz rausgenommen, dreh dich mal nach rechts um 90 Grad. Rechts um 90 Grad? Mhm. Dann komm ich wahrscheinlich aber gegen das Frag. Ja, du sollst jetzt nicht bürgen, das ist der Trick dabei. So, und wenn wir jetzt nach hinten fahren, müssten wir ein bisschen höher kommen. Das heißt, dreh dich noch, du kannst ein Stück nach hinten fahren, stopp, und jetzt drehen. Wir kommen problemlos am Wrack vorbei, dreh dich weiter, 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 noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und jetzt langsam rückwärts, langsam rückwärts, bis ich Stopp sage. Ein bisschen nach links drehen. Links ist das andere, und aufhören zurück zu fahren, links Stopp, und jetzt langsam vorwärts fahren. Fast bis wir an den Panzer dran stoßen. Noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Stopp! Ich zieh... So, ich habe den Kopf wieder eingezogen. Motor aus. Ja, ne, das hat so richtig gesagt, links drehen. Ich dachte, du meinst, ich sollte nach links fahren. Das wäre die andere Richtung. Ich sitze übrigens im Moment immer im Kommandantenstuhl, weil da habe ich einen besseren Überblick, der sitzt höher. Ja, ist klar. Beschuss aufgeklärt aus 183. Dreh dich mal 90 Grad nach rechts, und zwar rasch. Ronto. Feindlicher BTR aufgeklärt. Meldes mal nach oben, ich kann es gerade nicht, ich muss ihn anvisieren. Der fährt in die Stadt von Süden rein. Feindlicher BTR aufgeklärt, fährt in die Stadt von Süden her ein. Der ist jetzt fast noch die Stadt durch, ich kriege ihn nicht gescheit. Wenn wir keine weiteren Anweisungen erhalten, weiß ich nicht, was wir machen sollen. Der müsste jetzt eigentlich fast direkt vor unserem MBT stehen. Wie, vor dem Teil links von uns? Chief, wir haben einen feindlichen BTR, der in die Stadt gefahren ist. Wir sehen ihn aber nicht, der müsste 50 bis 200 Meter vor unserem MBT stehen. Wir verlegen in die Stadt rein, entlang der Hauptstraße zu unserer Infanterie. Die kriegen gleich SWZ-Besuch. Frage verstanden? Alles klar, wir verlegen in die Stadt zurück rein. Soweit kommen wir. Wir sollen in die Stadt zurück verlegen. AFAB, Akte lang der Hauptstraße, SWZ-Sponsor, F1-2-4. Wir haben SWZ-Kontakt, genau meine Position. FK, 2-5-1 verlegt bereits aus. Wir verlegen, fahrt vor, entlang der Stadtstraße. Und dann sammelt ihr bei Viper 5 ein, fahrt schon vor, ich komme nach. Okay, du hast es mitgekriegt, bei hinten. Ja, die Folge der Straße gibt Jass. Und hinter dem Gebüsch, scharf rechts. Jetzt, stopp, stopp, feindliches Ziel aus. Das sind ja zwei! Das sind ja... Ach, ich habe den kaputten Dip bekämpft. Scheiße. Gerade Richtung 1-5-0 fahren. Irgendwo dahinten steht er. Du sagst, wenn ich zurück soll. Ich lade nach, zurück, zurück. Du hast ihn aber bekämpft, oder? Der ist bekämpft, aber ich weiß nicht, ob er zerstört ist. Ich habe ihm halt ein ganzes Magazin AP reingedrückt. Das waren SPZ, ne? Ja. Dann melde ich das mal. Fahr mal weiter, wir sind immer noch in seiner Feuerlilie. Frage, Viper 1, ist Feind, hat sie bekämpft gekommen? Standby. Ist das hat sie bekämpft? Das ist korrekt, es wurde bekämpft, aber es ist nicht sicher, ob es nicht wieder reaktiviert werden kann. Ähm, hier bei Viper 1 ist bekämpft, aber nicht klar, ob es endgültig erledigt ist. Äh, ja, dann wir prüfen das dann doch. Fahr mal ein Stück zurück. Ach so, nicht zurück, stopp, stopp, stopp. Sind Leute, sind das eigene? Das sind eigene, ja. So, ich bin jetzt an meinem Fahrzeug dran. Äh, Chief, hast du Ahnung, ob der feindliche MBT bekämpft wurde? Weil für den haben wir keine passende Waffe mehr. So, ich bin wieder an Bord. Ähm, die prüfen das jetzt selbst. So, jetzt pass auf, äh, Schrittgeschwindigkeit hinter den Fahrfahren. Marsch. Ich lass Panzerbrechende 30mm drin. Ich glaub, das ist eine gute Idee. Ah, der sieht nicht so gesund aus. Halt! Scheiße! Schimera, komm. Äh, Direktherrader raus, hier! Ich frage, ist das möglich für euch an den südlichen Rand der Straße? Vorfahren den kriegen wir. Ja, doch. Ja, doch. Halt, 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 halt. Halt! Ist das unmöglich, ja, kommen. Ja, Kameras. Führung, Qualver 1, aufpassen nicht, dass ihr in den fangt MBT reinkert. Schimera Ende. Sagt, der wird aufsitzen. Nein, es ist ausgegangen. Wir haben einen Gefallenen vor unser Boden liegen. Naja, komm, sag mal jetzt. So, ähm. Stopp. Äh, Viper 5, Viper 1. Ja. Äh, wir haben einen direkten Fallenkameraden vor uns. Äh, wir decken euch, bergt den mal. Äh, Specki? Ja. Ja, Viper 5 zu 5. Okay, jetzt folgendes. Das ist jetzt wirklich riskante Aktion. Äh, Zweifel. Ähm, ja. Das müsst ihr überlassen, dass... Das ist jetzt Präzisionsarbeit, weil im Zweifel rennt da jetzt ins Feuer rein, ne? Ja, wenn du jetzt Deckung machen musst. Wir können ja natürlich selber ein Stück vorfahren und weiter decken. Nein, 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 nein. Wir machen das nicht. Äh, Viper 1, Viper 5, komm. Viper 1,3. Frage, habt ihr Feintinfantrie Richtung Süd-Oost bekämpft? Komm. Ähm, wir haben zumindest keinen mehr gesehen. Es sind mindestens zwei Soldaten, die wir bekämpft haben. Zu verstanden, Ende. Okay, der deckt da unten nach rechts, nach Osten ist gedeckt. Bringen sie am besten ins Fahrzeug rein. Ich nehme mal, dass es da an, ist Ellie. Okay. So, komm. Hau mal rein, da oben. Direkten Balkon, Balkon, Balkon. Das war jetzt umgezieht. Ich wollte nur unterdrücken. Äh, 154, da ist keiner mehr. Hau rein. Balkon. Okay, ich bin jetzt auf Thermalsicht gegangen. Äh, links, äh, 141. Warte mal. Ja, mögliche Straße runter. Das war leider. Was ist das denn? Lade nach, lade nach. Ja. Geht nicht rein hier. Das dauert noch eine Weile. So. Ähm, Viper 5, Viper 1. Warte. Frage, braucht ihr ein Taxi, wir holen euch hier raus, komm. Äh, negativ. Frage, wie bringe ich diesen Kameraden bei euch rein, das geht nicht. Ähm. Ablegen. Äh, und dann über Interaction aufs Fahrzeug. Ne, Interaction am toten Körper. Äh, Entschuldigung, Interaction am toten Körper. Alles klar, Ali, in, äh, SVZs in eigenen Reihen, dort liegt der Graue verwunderts. Äh, so nochmal. Riko, meinst du, du kannst ein bisschen rund verbinden? Im Moment gibt's nichts zu fahren. Äh, ne, 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 das lassen wir noch mal schon. Oh, wir kriegen da gleich einen MBT. Wir kriegen da wohl einen MBT, kann das sein? Oder ist das der eigene? Das ist der eigene? Das ist der eigene. So, ähm, nein, also du bleibst jetzt mal bitte an deinem, äh... Ja. Aber du bist jetzt Fahrer, wenn wir jetzt reagieren müssen, dann will ich dich aus der Verbundsversorgung nicht raus holen müssen. Ja, alles klar. Ja. Oh ja, da hinten ist auch irgendwas. So. Auf 181, da war gerade jemand. Grüße für Chimera-Com. Nein, Cerse. Hilfe wird aus der Stadt zurück, ihr solltet euch südlich postieren, nicht in die Stadt reinfahren. AT-Kontakt, es ist die Gefahr zu hoch, Frage so verstanden. Wir standen, ziehen uns zurück, für die Flanke der Stadt. Gebäude mit dem Zweifel. Sie haben mitbekommen, dass irgendjemand in der AT rumrennt, das heißt wir machen hier auch gleich Speeding und so alles. Bin bereut. Ähm, Elli, wie viele Leute hast du hier zu versorgen? Einen. Okay, wie lange? Zweimal. AT-Schütze nicht bekämpft, AT-Schütze nicht bekämpft, aber er hat uns verfehlt. Warte. Äh, 154. Äh, hier, Griffin 1, AT-Schütze direkt in Front von uns, äh, wir, ja, Bekämpfung aufgenommen. Eins Ende. So, ich bin sicher, ob du ihn erwischt hast, ne? Nein, wir haben wahrscheinlich nicht erwischt. Und da laufen noch mehr rum. Hau mal, hau mal, hau mal, hau mal in die Flanke rein. Oh, wow, 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 wow. Ah, das war jetzt doof, das war ich jetzt, sorry. Grauer, warst du eigentlich zwei oder drei? Fahr mal zurück, nicht, dass die hier blind rein ist. Nein, 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 warte, nicht einfach zurückfahren. Ich guck erst, ob jemand in deinem Fahrzeug kann. Äh, laufen Specky darfst du nicht hören, ne? Chef sagt jetzt immer. Ja, nee, also... Ich geb nur Vorschläge. Genau, nicht Specky. Äh, Entschuldigung, ich mag dich, aber halt die Klappe bitte. Jawoll. Okay. Okay, das ist, äh, frei. Äh, Elli, wir setzen jetzt, äh, 10 Meter zurück. Äh, nicht aussteigen. Hatt ich nicht vor, aber danke. Okay, Fahrzeug marsch. ... Halt. Mutter außen. Ach, irgenbesuch. Der graue... ...Chef kommt. Ach, danke mal, ist immer noch der Puls. Ich muss sich echt Haare anziehen anfangen. Du musst dir einfach erzählen, dass er nicht in das Licht schauen darf. Jaja, ich muss dir mal Haare ziehen, das ist besser. Effektiver. Ich ziele jetzt nur dahin, wo der Schütze braucht. Die anderen Richtungen interessieren mich nicht. Weipar 5 hört. Frage Status. Einer ausgefallen, im SVZ wird versorgt. Ein Gefecht im Häuserkampf, wir versuchen Kirche zu nehmen, komm. Ja, zu verstanden, stimme Rende. Guck mal, es liegt im Fahrzeug ein bisschen Zeugs drin. Da ist es genügend. Check. Grauer. Das ist echt ein faules Soccer, weißt du das? Das motiviert sich. Ich eihe hier meine Kanone, nicht erschrecken. Es gibt blöde Meldung, wenn du irgendwo hinschießt, ja? Ich habe sie nur geeicht, dass die Position passt. Das war sechsmal, Heimi, bei dir. Aber du hast jetzt nichts gesehen. Nee, ich habe nur geeicht, weil das Ding schießt nicht sonderlich genau. Dass ich weiß, wo ich hinschieß. F1, Viper 5, kommen. Hört. Wir haben gerade Schüsse aus 314 Grad bekommen. Frage, kannst du ein paar Meter vorfahren und uns Deckung von hinten geben, damit wir weiter Richtung Kirche vorrücken können kommen? Ja, das können wir gerne machen. Hi. Warte mal, warte mal, ist das Eigner? Das sind Eigner, aber hinter der Mauer ist noch einer. Ja. Ja, Jungs, Klappe halten, Fahrer 10 Meter vor. 2-9, ist hier Schimera kommen? Jetzt sehe ich auch nichts mehr. 2-9, zuerst. Frage, wo brauchen wir die Lücke Siegbares kommen? Ich sehe jetzt nur den dicken Panzer vor uns. Soll ich nach rechts reinziehen? Ähm, so, du stellst dich jetzt im Prinzip, äh, bleib mal hier stehen, äh, Moment. Ne, äh, 2 Meter vor. So dass Speck hier in Frischstraße rechts von uns runter kommen kann. Noch ein Stückchen vor. Denkt daran, dass von links auch noch Gefahr droht, also schaut, dass wir links gedeckt sind. Stopp, 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 stopp. So, okay, so, okay, jetzt mal zu viel. Warten, wo ich aussteigen kann. Warten, wo ich aussteigen kann. Ja, Logistik ist aus, kann man zu euch. Check. Wir sind wieder an Deck. Wir sind wieder an Deck. Ich hoffe, wir müssen noch da drauf, dass wir die Freikale zum Aussteigen haben. Ja, ihr könnt raus. Gut, dass ihr fragt. Wer hat uns jetzt schon wieder eingenebelt? Ich war es nicht. Gefällt mir nicht, wir haben immer noch ein paar Leute rumrennen. Ich gehe direkt links, äh, von uns. Ähm, Viper 5, äh, ne, äh, Viper 5, Viper 1. Wir sind jetzt auf die Kreuzung zugefahren, äh, wo willst du uns jetzt noch haben, komm. Wir haben einen Feinkontrakt-Nahbereich. Oh nein. Ist der schon wieder umgefallen? Äh, melde die zwei Kameraden, die aus deinem Team, ähm, ja, ist einer wieder gefallen. Ähm, ja, wir nehmen sie wieder auf, dass sie versorgt werden können. Ja, sowas geht. Gut, ähm, dann, Schmecki, wir sind saggy last line of defense für Viper 5. Ja. Sau blödes, ich muss jetzt in zwei Richtungen. Ich sicher die Hauptstraße Richtung 200 und du sicherst die andere Richtung Richtung, äh, 150. Hm, gute Idee. Okay, warte mal, ich hoffe, äh, geht sie ins Fahrzeug dran, konntest du das sehen? Galt die Frage mir? Ähm, ja, frag dich beiden. Ob sie jetzt den Fahrzeug zuladet, ja, sie den zu. Okay, sobald, äh, Ellie an Bord ist, äh, fahren wir die Straße weiter runter. Geradeaus, Richtung 200. Ähm, 150, warte mal. Ähm, seid ihr zugestiegen? Ja. Kirche genommen, aufschließend. Falscher Bock. Alles klar, gut, alles klar, okay, Fahrzeugmarsch. Straße runter zwischen den beiden Fahrzeugen durch. Passt das so? Jawohl, genau, äh, Schmecki nach vorne sichern. Passt. So, dann können wir. Okay. Äh, bei Puff 1 ist am Weg zu euch. Ende. Was kommt hier? Äh, Fahrzeug voraus, Fahrzeug voraus. Feuer, 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 Feuer. 133, 133. Seht zurück, hinter dem Kiosk, hinter dem Kiosk. Hau dich den Kiosk durch. Hier, nix am Kiosk, Specki, nix am Kiosk. Hau drauf, hau drauf. Der brennt, das wars. Okay, alles klar. Äh, hier war bei 1, äh, feindlicher Jeep, äh, down. Okay, weiter vor. Ja. Halt. Ich hab die Wüste. Wipe 5, Wipe 1. Oh, da sind wir schon fährt. Äh, bis jetzt eure Position vorgerückt, äh, feindliches Fahrzeug bekämpft. Äh, wir haben zwei, äh, deines Teams bei uns an Bord. Komm. Äh, ja, das ist bekannt, äh, wir warten bis Versorgung. Wir halten Stellung hierbei kaputt und raus, komm. Alles klar, Wipe 1, Ende. Ich sicher weiter die Straße Richtung 1,80. Alles klar. Äh, ich bin jetzt bei HLW, sie hat nur wenig Blut verloren, die müsste gleich wieder hochkommen. Okay, ähm, Gryffin wird jetzt hier gerade versorgt, ähm, das heißt, hm, wir sind hier erstmal alleine. Wir sind dabei, wir sind hier. Wir sind dabei, wir sind hier. Äh, 1,71, 1,71. Äh, rechte Hauskante, 1,71, IDMR. Äh, Kontakthaus, voraus. Wir sind dabei, wir sind dabei. Keine Ahnung, ich bekämpft hab, aber ich hab den Zaun weggemacht. Bist du da die? Äh, hinter den Jagen. Ja, das ist ja. Dann gehörte ich mit unserem Freund und ich grüße hier wieder in der Richtung. Hallo. Hallo. Hey, willkommen zu den Lebenden. Der ist entkommen, der ist entkommen. Alle, die haben, wo wir lang hier drinnen sind, in dem ich mal durch, bitte. Mhm. Hinter dem Haus ist noch einer. Okay. Ich hab ihn aber rausgetrieben mit der Explosiv-Munition. Warte mal, äh, WIPA 5, WIPA 1. Ich bin nicht dreckig, ich schieß ihm die Deckung weg. Die geht nicht weg, das ist Unizons-Verschwendung. Ja, 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 ja. Aber ich glaub, du hast ihn auch erwischt, warte mal. Nee, den hab ich nicht erwischt. 1, 2, 3, ich komm jetzt raus. Ist fertig, Krimpe. No. Zwei Mann rücken vor. Okay, können wir aussteigen, oder? Okay, alles klar, der rückt jetzt vor. Ich nehme an, dass er da... Jaja, das war rechts Specki von uns. Ich nehme an, die wollen uns das gleich angucken. Also ich denke, dass er hinter dem zerstörten Haus, in dem rosa-roten Haus, links von der Straße... Rechts von der Straße ist. Mhm. Also bei 1, 3... Er hat sich aber links... Ähm, auf 1, 5, 7 hatte ich eben auch Bewegung. Hinter dem... Das war hinter dem Compound. Das war gegen 2. Äh... Genau, zwischen den beiden Häusern hab ich das gesehen. Und der hat sich eben, wie gesagt, zu dem anderen Haus hin. Okay, die rücken jetzt vor auf das Haus mit dem kaputten Dach. Das heißt, wir... ... müssen jetzt äußerst zurückhaltend sein. Ja, ich hab schon... Normale Munizung. Eddy, seid ihr soweit? Seid ihr jetzt raus? Ja, die wollten eben aussteigen. Okay. Du hast es ihnen erlaubt. Ich hab's ihnen erlaubt. Ja. Okay. Hat sich zumindest so angehört. Äh... Ja. Gut. Wenn ihr das sagt, dann verdammt euch, ja. So. Äh... Panzer Marsch. Es war, ähm... Direkt fahr... Fischhaushaus. 2A 7 8 5 5 5. Verstanden. 2A 7 8. Ähm... Guck mal hier vor. Können die jetzt links einschlagen? Links einschlagen. Äh... Fahrtrichtung sichern. Geradeaus weiter. Ja. Specki dann nach rechts, wenn wir den Haus vorbei sind. Sicher. 555. Für den Schemiro kommen. 555 wird. Äh... Frage. Haben wir in dem Gebäude hinter uns Einheiten drin? Äh... Der wird gerade kommen. Ja, Griffin. Für Schemiro kommen. Halt. Äh... Freigabe zum Eindringen. Die Stadt erteilt. Falls wir dort um keine Schemiro. Unbekanntes Fahrzeug auf... Frage. So verstanden. 2A 8 1. Vorwärts, vorwärts Meter. Äh... Noch ein Stück. Noch ein Stück. Stopp. Und jetzt soll das andere aufklären. Das könnte ein MBT gewesen sein. 2A 1 300 Meter. 2A 8 1. 2A 8 1. Das ist eh nix. Hä? Ja, weil wir hinterm Haus stehen. Ich hab gesagt, wir ziehen uns zurück. Ich habe eh nix mit dem ich kämpfen kann. Äh... Hier WIPA 1 im Westen. Vermutlich feindliches Fahrzeug. Ähm... Etwa 300 Meter. WIPA 1... Äh... Ja. WIPA 1 Ende. Kann es leider nicht auf der Karte markieren. Okay. Dann, äh... Mach das mal. Gefällt mir nicht. Wir sind hier im Prinzip echt nackig. Können wir auch gar nix machen. Hab's markiert. Okay. Okay, pass auf. Wir hauen hier ab, weil wir können nix machen. So, pass auf. Du deckst den Sicherungsbereich so. Und du, ähm... Rico. Weiter vor. Und das Fahrzeug... So in das Haus... Da... Auf der rechten Seite... Da... Tust du schön ran kuscheln, ja. Ich weiß... Auf der Straße aber. Oder dann vorher rechts abliegen. Jetzt hier gleich hinter dem Haus. Das Fahrzeug... Das feindliche Panzer ist hinter uns. Also noch sind wir in Deckung, aber viel dürfen uns nicht mehr bewegen. Ja, ich würde jetzt hier in Deckung so hier rechts ein... Rechts einschwecken. Stopp. Halt. Wenn das überhaupt der Feindlicher ist... Ich meine... Ungefähr wäre unser Panzer ja auch, aber... Eigentlich deutlich weiter nötig. Ich seh, ich seh, ich seh. Äh... Auf... Äh... 270. Ich markier's auf Grafisch. Ja, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Oha, scheiße. Er ist direkt... Sieh auf 270. Negativ. Gib mir die Entfernung, drück mal T, dann steht sie da. Äh... 20 Meter. 0020. Sollen wir komplette Stadt säubern und jedes einzelne Haus sich suchen, kommen? Das ist der MPT von vorhin. Das ist... Warte mal, das ist auch nicht unserer. Nee, das hab ich vorhin an anderen aufgeklärt, der war deutlich weiter. War das rechts von uns? Warte mal. Ja, positiv, man. Jedes Haus reinschauen, kannst das Team hier dafür auftanken. Komm. Wie gesagt, ziel mit deinem Kommandanten, wie's hier auf ihn drauf. Drück T, dann zeig dir die Entfernung an. 0020. Aber das sind keine 20 Meter. Dann zeig dir irgendwas anderes an. Ja. Zieh mal ein bissl daneben auf dem Boden oder so. Irgendwas, was knapp daneben ist. Öfters mal T drücken, bis was Vernünftiges kommt. Ah, der tut die... Äh, ja, das... Ich hab eigentlich... Warte mal. Ah, ich verstehe. Ja, ja, ist okay. Ähm. 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 Was ist ein Panzersymbol? Ähm. Einfach nur im C-Type auf Armored gehen. Wir könnten natürlich zu... Jeweil bei 1, äh, neue Markierungen auf C-Type. 12. 12. 1, 2, 0, 0. Okay. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Weil der hat uns direkt im Visier. Gott sei Dank ist der Motor aus. Du meinst auf 225 oder wo? 270. Da steht direkt einer. Scheiße. Ich hoffe nicht, dass... Ich bin mir auch sicher, dass es kein eigener ist. Also in der Richtung ist genau Viper 5. Das ist Gryffin 1. Warte mal, ich steig mal raus, Jungs. Also Gryffin 1 sehe ich hier nicht mehr. Ah, ne, die sind aber auch viel weiter im Westen. Gryffin 1 ist 530 Meter weit weg. Lass mich wieder fast sagen, wir fallen zurück und holen uns ein paar Panzerabwehrraketen. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob das, äh, ich hab grad echt ein... Ups, lalalala. So ein Richtungsproblem, ob das nicht unser eigener ist. Also, ja, ich guck jetzt grade nach rechts. Und, ähm, ich sehe, ausgewiesen wird ja immer die Fahrtrichtung auf dem C-Tab. Und wenn ich jetzt rechts von uns gucke... 270... Sonst macht doch dein Kompass auf. Ja, das muss der eigene sein. Das ist aber, äh, das ist tatsächlich das Verwirrende, dass jeder sich steht an der Mauer. Aber das sind... Das sind doch keine 500 Meter. Blöde Frage, kannst du nicht unseren, äh, Gryffin mal sagen, dass er mal kurz wackeln soll? Dann wissen wir's genau. Hm, gute Idee. Ähm, Gryffin 1 für Viper 1? Gryffin 1, Sirs. Frage, habt ihr eine Sichtlinie auf uns? Komm. Positiv. Alles klar, gut, das wollte ich nur checken. Äh, Viper 1 sende. Gut, dann ist das, äh, tatsächlich unserer. Okay. Ja, wie gesagt, ich sag ja normalerweise wackeln, weil, dann weißt du's ganz sicher. Weil, jetzt wissen wir nur, dass er eine Sichtlinie hat. Nicht, dass er der ist, den wir sehen. Jaja, das ist schon richtig. Ja, ist okay. Okay, gut, das heißt, wir können jetzt erstmal hier nix bringen. Wir könnten schnell bei Dragon Munition holen. Ähm, setzen wir's zurück. Ne, 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 wir haben den Gryffin Overwatch, plus im letzten MBT hier ran. Also, äh, 10 Meter zurücksetzen, wir fahren wieder zurück auf die Kreuzung. Genau. So, jetzt fahren wir wieder, genau, jetzt hier nach hinten einsteigen, jetzt geradeaus. Ne, ne, drinnen das Fahrzeug übrigens, okay. Bitte drinnen? Ja, 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 langsam, langsam. Okay, alles klar, gut. Ach so. Straßenverlauf. Eingrufe raus? Ja, ja, genau. Rechts einschränken, nein einschränken. Leicht rechts, genau. Zweite wieder links. Links, links, links. Halt! Guck, wir werden erstmal hier stehen. Gut, die brauchen uns momentan nicht. WIPER 5 für WIPER 1. WIPER 5 für WIPER 4. Frage, habt ihr aktuell Verwendung für uns? WIPER 5 für WIPER 5. Das war zu kurz, bitte wiederholen. WIPER 5 für WIPER 5 für WIPER 5. Viper 1 hört Frage einmal auf markierte Position vorrücken, dort sind noch Compounds nicht gesichert, könnt einmal checken ob ihr dann noch feinen Kontakt ausmachen könnt, komm Ja, so erkannt und verstanden, machen wir uns auf den Weg, komm Viper 1, wir bräuchten noch kurz Resupply bei euch, wir haben sehr wenig Munition Alles klar, wir stehen auf der Kreuzung, dann bleiben wir erstmal stehen bevor wir dann eine Position verlegen, ihr könnt dann auf uns zukommen Wir haben keine Munition für Infanterie Ah, Kommando zurück, ich hab gerade gesagt bekommen, wir haben nichts an Bord, wir würden euch aber im Zweifel was vorbeibringen, wenn ihr ja aushaben wollt, komm Hab ich so richtig verstanden, ihr habt nichts an Bord, ihr hattet doch vorhin noch was, komm Verbandsmaterial, keine Munition Ja, Verbandsmaterial, aber keine Munition, komm Äh, Viper 15 verstanden, äh, Frage, wo Logistik, komm Negativ Logistik erstmal nicht verfügbar, Viper 5 bitte noch auf Compound verlegen, auf Karte markiert Viper 1 auch auf Markierung verlegen, das ist jetzt nochmal im Norden, die Compound sichern, Frage erkannt Viper 1 verstanden, kommt, komm Ja, ok, dann Dann... 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 Dann verlegen auf Marker So... So... ... korrekt, genau Ah ja, da ist auch Griffin Oh, Griffin kriegt eingeschenkt Wir sind jetzt hier dann nochmal, ja, drei Meter vor. Halt, Motor aus. Das ist schon gesehen, gut gemacht. Okay, Specky, dann übernehme ich den Rückraum und du übernimmst da. Machen wir es andersherum, wir besichern du mal in Fahrtrichtung und nicht in Rückraum. So verstanden. Oh, da wird sich gerade ein Gefecht geliefert. WIPER 5 für Schimera, komm. WIPER 5 hört. Beiden Compounds mit roter Flagge markiert, noch zu sichern, Meldung machen, bin vollzogen. Verstanden? Ja, WIPER 5 bei ersten Compounds, so verstanden, komm. Alles klar, Ende. Okay, also WIPER 5 sichert jetzt noch zwei Compounds. Achso, ihr seid ja auch drauf, dann hört ihr das ja. Eben. Jo. Nur das Reden überlassen wir dir. Ist viel entspannter so. Genau. Oh, da ist noch im Rückraum, gibt es hier noch ein Wien. Ja, ungefähr bei 310, 320. Ja, richtig. Keine Sicht rein akustisch. Hier, und zwar auf 270 in seinem Gebäude und da dürfte eigentlich auch keiner mehr sein. Ähm, sichert du mal weiter in Fahrtrichtung. Ah, Gegner ausgemacht. Auf 320. Hinter dem Friedhofsmauern. Äh, ne, das sind eigene. Ja. Okay. Ja, jetzt sehe ich auch ein bisschen mehr von ihnen, das sind eigene. Hier, Gottfahrer. Information nochmal an alle Teile. Wir haben eine Regel auf dem Preplay, beim Ende der Mission nicht abmunitionieren. Weder in die Luft, noch in die Verbündeten. Erinnert eure Einheiten daran. Sind durch. Ähm, ja, alles genommen. Ja. 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 Ja.